Okay, es ist eine Weile her, dass ich meine Videos zu den ersten Siedler-Missionen gemacht habe und seitdem hat sich das Spiel ja deutlich verändert mit Z-Bus United und Ubo und dem HD-Patch. Und deswegen will ich einfach nochmal die ganzen Missionen durchgehen und ein bisschen HD-Footage sammeln. Let's go! Bedrohung aus dem Norden In letzter Zeit Das hier wird wahrscheinlich mit Abstand die Mission sein, die ich am häufigsten gespielt habe in meinem Leben. Auf der Grundlage, dass es die einzige ist, die einen nicht verlieren lässt. Zumindest nicht auf easy, weil dann greift die KI einen einfach nie an. So, der Turm steht kacke. Wir brauchen... Okay, wir haben sogar schon Geologen. So, der Berg ist tatsächlich ein bisschen besser. Hi, Striker und Iron Man. Willkommen zum Streamen. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit wir für alle drei Kampagnen Back-to-Back brauchen. Römer 1 Stakes, aha, definitiv. Aber hey, danach zieht es ja schon an. Also ich weiß noch, wie lange ich als Kind an Mission 2 gehangen habe, nachdem Mission 1 ja einem den Sieg praktisch geschenkt hat. Und in Mission 2 muss man sich dann im Vergleich dann plötzlich anstrengen. Du weißt ja schon, wie lange du heute spielen wirst. Bis wir alle drei Kampagnen durch haben. Gegebenenfalls bis in der Essenspause. Die aber wahrscheinlich auch nicht zu lange dauern würde, weil ich einfach Reste von gestern essen kann. So, das heißt, wir haben schon mal Rohstoffe. Startvorgaben recht ausgeglichen. Das sieht aber gut aus. Wird noch lustig später bei der Vegan-Challenge. Ich weiß, dass ich zweierst geschafft habe, dass ich das Spiel wieder als Teenager angerufen habe. Ne, so schlimm war es vielleicht nicht. Also zumindest Römer-Kampagne habe ich sogar als Kind schon geschafft. Irgendwie. Bei Maya war es halt Mission 3 mal das Problem. Bei den Wikinger tatsächlich Mission 1, weil da die KI ja auch ständig Verstärkung kriegt. Was in Setters United, das habe ich tatsächlich gedeckelt. Weniger wegen der Schwierigkeit. Aber mehr, weil das sonst einfach sehr krass wurde, wenn du die halt lang genug gebraucht hast. Und es ist halt auch, das Problem ist, dieser Steg, wo die Gegner spawnen, ist relativ klein. Wenn man dann da so viele Einheiten auf einmal spawnt, dann kann das auch zu Abstürzen führen. Und deshalb habe ich dann einfach mal entschieden, dass Spielstabilität wichtiger ist als die Challenge. Ich habe da echt kein Kinderspiel, aber ich habe es schon trotzdem gerne gespielt. Ich war einfach zu schlecht. So, komm, kliere mal das ganze Gebiet hier. Der muss auch noch nicht arbeiten. Wir können auch da erhöhen, aber ich habe keine Häuser gebaut. Da geht es schon los. Das war schon mal bei einem Hardcore-Patch nach, also einfach schwerer als normal. Ähm, wie meinst du das? Also gezielt die Mission schwerer machen? Oder halt echt das Balancing so, dass es... Ne, das Ding ist, du müsstest es eigentlich missionsspezifisch machen. Es gab ja auch mal einen geplanten dritten Schwierigkeitsgrad, der es nicht ins Spiel geschafft hat. Aber zum Beispiel ein Balance-Pack, das würde ja einmal alle Spieler betreffen. Also wenn ich dann irgendwie... Also da müsste ich ja schon gezielt Sachen nerven, die die KI nicht benutzt, aber der Spieler schon. Was ich heute noch überlegt habe, oder zumindest was mir vorhin noch als Gedanke kam, ist, äh, ob es Sinn machen würde. Ob man, äh, Cordoba... Ob ich da mal versuchen soll, den Hard-Mode halt spielbar zu machen. Dazu muss ich halt ein paar Sachen an der Map überarbeiten, aber halt so, dass dann hoffentlich dann auch beide Schwierigkeitsgrade normal spielbar sind. Und vielleicht noch ein, zwei neue Gimmicks. Zumindest für das Ende. Also, es würde nicht mal unbedingt das Spiel beeinflussen, aber halt, ich hätte gern ein bisschen ein interessanteres Ende als, äh, ja, du hast jetzt gewonnen. Sei froh. Wie viele Bergmänner haben wir? Okay, bei Bergmännern geilster Spiel tatsächlich nie. Das ist verschoben. Wollen wir jetzt sogar ein bisschen Schwefel, was auch immer das sollte. So, wir können die Häuser auch direkt wieder abreißen. Und dann bauen wir ein mittleres. Hi, Eber, willkommen zum Stream. So, da wir nicht so viele Produktionsgebäude bauen können, dass das interne Lager reichen würde, bauen wir einfach mal Holz- und Steinlager. Wann hast du hier, dass ich keine... Nee, ich hab das für diesen Stream deaktiviert. Also, die Belohnung gibt's noch, aber es hat gerade abgeschaltet. Das würde jetzt einfach nur stören. Genauso wie bei der Vegan-Challenge. Nutzt den Stream und, äh, baut eure Nutzlosium-Bestände wieder auf, damit ihr halt später wieder total ausrasten könnt. So, einen Fischer haben wir schon. Der darf auch ruhig alles versorgen. Haben wir... Wir haben noch... Nee, oder? Wir haben keine zweite Angel. Nein. Wir haben auch nur eine Getreidefarm. Stimmt, die erste Mission ist ja immer so... Da muss man ja noch alles selber machen. Mensch, das passt ja komplett genau. Genau, dass wir das abreißen können, straffrei. So, Holz. Hier ist noch mehr Stein. Geil. Aber den, äh, Ritter am Starturm. Starturm. Es gab zwei Starttürme, aber ich setze das einfach mal hier hin. Jetzt finde ich es gerade schade, dass man, äh, die Sachen nicht drehen darf. Weil die Burg ist halt total scheiße platziert. Ich finde es gerade schade, dass ich immer noch nicht die, die, äh, Rüstung von den Gebäuden ändern kann. Weil ich da die Türme gerne ein bisschen überarbeitet hätte, nach Volk und nach Größe. Also, dass gerade Burgen halt auch noch ein bisschen resistenter gegen Axtkämpfer und so sind. So, jetzt fehlt wirklich nur noch das Gold. Wir haben zu wenig von allem. Und dann geht's mal hier hin. So, baut schon mal die Mühle. Das ist gleich soweit. Das ist durch. Du findest keine Bäume mehr. Du kannst da noch arbeiten. Mach mal den Baum bitte weg. So, was brauchten wir? Wir brauchten noch mal zumindest eine zweite Sense. Zweite Angel. Mach mal ein paar Pios. Oh, ich höre gerade, der Staubsauger ist angegangen. Ich muss mal gerade gucken, ob die Tür zu ist. So, Tür war bei, aber nicht richtig zu. So, wir spielen hier tatsächlich nicht so optimiert, wie es hier normalerweise vielleicht würde. Einfach, weil hier nichts passieren kann. Und die Karte, es ist nicht LG, aber es ist halt ja schon, es sind ja schon nicht die üblichen Startvorgaben, die wir sich später etabliert haben. Also, ich habe mich das Gefühl, hier steht ziemlich viel dumm rum. Hier müssen Items hin, hier sind Items. Wieso transportiert die niemand? Ich habe Transport Plus dort nicht ausgemacht. So, ihr könnt mal da unten arbeiten. Sogar die Siedler wissen, dass es in dieser Mission um nichts geht. True. So, eine Spitznacke haben wir sogar noch. Sammelpunkt setzen wir schon mal hier rüber. Ich kann tatsächlich immer noch nicht glauben, dass Siedler 3 dieses Feature nicht hat. Ich glaube, das ist das einzige Spiel mit RTS-Elementen, was ich kenne, was keinen Sammelpunkt für Kasernen hat. Also zumindest nicht ab einem bestimmten Punkt. Und selbst vor 98 oder wann das rauskam, würde mir jetzt auf Anhieb kein Spiel einfallen. So, er transportiert die Sachen schon mal, damit der wieder ernten kann. Ich finde es schade, dass sie halt die Sachen direkt wieder fallen lassen, sobald dann das Gebäude besetzt ist. Aber jetzt kommt Leben rein. Spielst du eigentlich die anderen Siedler-Teile auch für Projekt HGLG? Okay, ich habe damals für den Siedler 5 Entwurf mal in Siedler 6 und es war vor allem Siedler 6. Siedler 7 habe ich, glaube ich, den Anfang gespielt und dachte direkt so, äh. Ich weiß noch, wie das Tutorial... Das hat sich eingebrannt bei mir, das Tutorial, wo dir dann irgendwie gesagt wird, ja, so eine Truppe kann maximal 35 Soldaten haben. Und ich dachte nur so, ist das euer Scheißernst? Aber wir haben tatsächlich die Tage noch bei Siedler 6 während einem Game-Design-Meeting reingeguckt, für die Art und Weise, wie Forschung da funktioniert. Okay, blau fängt an zu produzieren, aber wir sind auch gut dabei, denke ich. Das ist halt alles total, äh, durcheinander hier. So, wir brauchen eine Besatzung für die, äh, für die Burg. Rotproduktion geht auch gleich los. Für Fische müsste dann auch gesorgt sein. Bei Siedler 7 war halt damals auch das Problem, also ich habe die Demo gehabt, aber wir hatten, mein Vater und ich hatten extrem Probleme mit dem Ubisoft-Kopierschutz, der dann zu der Zeit... Also, Siedler 7 hatte das ja ursprünglich und, äh, Assassin's Creed 2, das waren die ersten Spiele, die das, äh, hatten. Pass auf, du gehst hier rein, dann kann nämlich gleich der L1er schon mal da raus. Ich glaube, wir könnten noch eine Angel brauchen. Aber die Küsten sehen alle nicht so gut aus. So, zweite Goldschmelze. Wir können leider keine zweite Goldmine bauen, das ist das Problem. Siegpunkte-System. Ja, das ist interessant, aber, ja, es ist auch irgendwo... Als Spielmodus wäre es bestimmt cool, wenn du wirklich... Es gibt ja auch in Siedler 4 diesen Ökonomie-Modus, den keiner spielt. Aber wenn du halt wirklich eine Reihe an Zielen hast, die es zu erreichen gilt... Das könnte ich mir sogar fast noch vorstellen, dass das funktioniert. Das könnte ich nicht warum. So, zweite Bäckerei. So, die strategisch platzierte Wüste, über die der Weckinger nicht drüber expandieren darf. Oder kann. So, damit haben wir unsere Besatzung. Wir machen auch mal ein paar zusätzliche Planierer. Wo können wir mal einen großen Tempel... Hier, komm. Müssen wir ja nicht bauen, aber ich mach's trotzdem. So, wir checken mal kurz. Genau, wir sind auf normal, wie es sich gehört. Das mit dem Bauplatz ist nicht so angenehm hier, muss ich leider echt sagen. Es fehlt eine Spitzsacke. Das ist ja lösbar. Indem man auch die Waffenspiele kriegt am besten. Durch Endcampen sieht er vier... Also für die Schwefelkolosse zu bauen, genau. Als du Supreme Commander gespielt hast, ich denke gerade an da... Hier gibt's ja sogar... Es gibt sogar zwei mit dem Add-on. Zwei Kolosse. Die einfach auch, äh... Zumindest im Release auch super OP waren. Sieht man dann an, dass ich nerf muss. Genau, Forged Alliance. Genau, die Seraphim hatten ja einen, aber die Aeon hatten ja vorher auch schon einen. Ich erinnere mich noch an so ein uraltes Video, wo halt demonstriert wurde, dass der irgendwie einfach alles vernichtet, weil der, glaube ich, wirklich 99.999 HP hatte und halt seinen super Augenlaser. Aber das ist auch so etwas, was, äh... Wo Siedler, finde ich, auch ruhig ein bisschen mehr hätte haben können. Also im Sinne von... Dass alle Völker irgendwas haben, was total bastelt ist. Was aber okay ist, weil, wie gesagt, alle Völker sowas haben und sich das dann gegenseitig ausbalanciert. Ob das jetzt ein Zauber, eine Spezialeinheit mit Kriegsmaschinen oder sonst irgendwas ist. Im zweiten ist der Affenkirchabstand, äh, ist ein... Ja, Monkey Lord war da... Ich glaube, das Ding gab es aber in Supreme Commander 2, auch nur im DLC, oder? Weil da gab es ja diesen, diesen anderen Crawler. Ich habe gerade ganz vergessen, wie der hieß. Mythische Truppen. Naja, ich meine, sind das nicht in gewisser Weise die Amazonen schon in ihrer Natur? Ah, wir haben weniger Soldaten, aber dafür sind die meisten von denen L1. Und man muss ja bedenken, die KI kriegt ja nicht so absurd hohe Kampfkraft. Während sie ja in den späteren Karten, gerade jetzt von den kommunistischen Sachen, immer maximale Zielobjekte und so hat. Die Laufenschiffe von den Cybern. Ja, oh, das war richtig cool. Das finde ich auch schade. Also das ist auch etwas, was, finde ich, im ersten Teil dazu drin sein können. Das war halt so ein Ding, was halt sie speziell gemacht hat. Aber ich finde es zum Beispiel auch schade, die UEF war ja auch im Zeitenteil die einzigen, die halt Bomber und Abfangjäger als separate Lufteinheiten hatten. Und der Rest hatte das ja, hatte das ja kombiniert. Ich glaube, ich glaube sogar die Namen, also ich glaube bei den Äonen hieß das Ding auch noch tatsächlich We Do Both. Das war dann irgendwie nicht mehr so cool. Welche Mission ist das? Römer Mission 1. Das heißt Longplay. Normalerweise ist ein Longplay ja ohne Commentary. Oder meistens ist es ohne Commentary. Aber es geht eigentlich darum, ein Spiel in einer Session, wenn das irgendwie machbar ist, durchzuspielen. In dem Fall habe ich es aber jetzt praktisch aufgeteilt in Abschnitte. Also die drei Völker sind ein Abschnitt, die TV-Kampagne ist so ein Abschnitt. Und theoretisch die Trojaner-Kampagne wäre auch sowas. Ich weiß halt nicht, wie weit wir das treiben werden. Ich möchte es auf jeden Fall für drei Völker und das dunkle Volk einmal machen, weil ich von den Maps kein gutes Footage habe. Das ist halt noch 16 zu 10, weil das noch auf meinem alten Monitor war. Ohne HD-Patch, ohne die ganzen Fixes. Ich meine, ich habe hier einige missionsspezifische Fixes sogar selber geschrieben. Davon möchte ich jetzt aber auch langsam mal profitieren. Okay, hier erscheinert es tatsächlich am Stein. Du stehst noch, das ist aber unnötig. Oh, ich dachte gerade für einen Moment, wir können die Steinmine nur setzen, wenn wir den, äh, den Dings, wenn wir da noch den Schnee schmelzen. So. Das reicht immer fast für einmal Convert, was man definitiv nutzen könnte. Warum steht bei dir ums Team LGBT? Warum wohl? Wie sieht er nur männliche Texturen? Das finde ich nicht mal. Also ich finde gerade bei den Römern und Trojanern sind, da finde ich insgesamt, also zumindest die normalen Siedler, das mochte ich eigentlich an Siedler auch immer, doch sehr androgyn. Bei den Wikingern war es halt, ja, ne? Und bei den Tremationen natürlich. Aber irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, dass nur ich das sehe. Also bei den einzelnen Gerufen ist mir das auch relativ egal, aber ich finde halt, dass generell die, 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 die normalen Siedler, die ja den Hauptteil der Bevölkerung ausmachen, dass die schon bewusst androgyn auch gestaltet werden sollten. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, man macht einfach zwei Träger-Texturen. Ich meine, das hat Age of Empires auch mit den Wildern und die unterscheiden sich dann von der Spielweise auch nicht. Dann rutscht man aber, finde ich, auch unter Umständen schnell in Stereotype-Darstellungen. Muss, also kann man machen, aber muss, finde ich, nicht sein. Durch die Wikinger nahm ich an, dass die anderen auch Männer sind. Na gut, können alles, können ja auch Männer sein, so ist es ja nicht. Das ist es ja, dadurch, dass es nicht eindeutig ist, kann man das so auslegen, wie man es möchte. So, die KI übertreibt es gar nicht so mit den Soldaten in den ersten Leveln. Irgendwas Interessantes an den Zaubern, da war wirklich, ja, Fisch bringt uns jetzt nicht so, äh, Fisch zu, äh, Stein. Wir können mal den Fischreichtum einsetzen. Kostet uns ja im Prinzip nichts. Einfach alle Siedler durch Roboter ersetzen, da hat man kein, äh, kein Gender-Problem mehr. Und fiber ist, glaube ich, damit nicht so. So, wir haben nicht so viel Fighting Strength. Das finde ich leider ein bisschen schade. Das Gold ist im Moment auf jeden Fall besser in zusätzliche Soldaten investiert. Aber ewig lange müssen wir das jetzt auch nicht machen. Wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Häuser bauen. Akuten Mangel haben wir jetzt nicht. Ich traue aber trotzdem mal ein mittleres und ein großes. Komm, zwei große. Aber das mittlere hat Brio. Habe ich den Zauber hier schon angewandt? Okay, jetzt reagiert er. So, wir haben nur einmal Gold. Das sollten wir vielleicht mal gerade sicherstellen, dass uns das nicht versiegt. Ansonsten würde ich eigentlich schon fast sagen, wir machen gleich einen Rush mit Schutzschild. das bisschen Fighting Strength können wir ja noch mitnehmen von den Häusern. Wahrscheinlich brauchen wir dafür 36. Okay, ja, der hier wird schon gar nicht besetzt. Das hier wird das gleiche Problem gleich haben. Hier liegt schon alles. Wo sind die Bauarbeiter? So, jemand findet keine Bäume mehr. Dann sperren wir die Äuglein auf. Dann gibt es einen Ab Dorf. Wenn du nicht ganz's fendlich sein Das hier ist toll. So, jetzt sind die beide besetzt. Der Winzer ist auch gleich soweit. Ich finde es immer noch krass, dass man ausgerechnet bei dieser Mission irgendwie noch acht Wein am Forn einfach hier hingelegt hat. Was? Also, ich weiß nicht, auf mich wirkt das schon fast so, als hätte man ursprünglich getan, dass man auch hier mit der göttlichen Aufwertung arbeitet, wie in Siegler 3. Und sich dann irgendwann dagegen entschieden und das einfach so gelassen wäre. Was willst du mit acht Mana? Ich meine, du hast damals ja nochmal acht aus dem Tempel bekommen, bis es später auf zwölf erhöht wurde. Es gab tatsächlich wohl auch mal eine Zeit, wo jedes Opfer zwei Mana gegeben hat. So, Siedlermangel sollte überhoben sein. Dann haben wir gleich 100 Soldaten und 75 Kampfkraft. Können zweimal Schutzschild einsetzen. Hi Brutti, willkommen zum Stream. Aber ein, zwei Medics wären vielleicht auch gut. Einmal. Kann ich den zusammen mit dem Priester jetzt an? Wie ist, nee, wegen der Option geht das nicht. Schade. Komm schon, Leute, ich brauche noch einen Medic. Wenn ich gut drauf aufpasse, reicht einer auch, aber trotzdem. Auch andere Soldaten pausieren. Aber ich will ja auch andere Soldaten. Okay, wir haben den Medic. Pass auf, dann ist der Medic auf der 3, der Priester auf der 2 und der Rest ist auf der 1. 35 Sekunden dauert der Schild inzwischen. Boah, Schild hat ja auch eine Reise hinter sich. Weil das der eine Zauber war, der entweder halt total bastelt oder halt useless war. Gut, das galt für Mana im Allgemeinen. Leider. So, da ist die Wirkung leider schon wieder verflogen. Aber ich glaube, wir haben das ja eigentlich jetzt schon gewonnen. So, komplett auf Soldat, also auf Schwertkämpfer. So, Bogenschützen, der hat mal bitte da ab. Ja, komm, hier. Wer braucht schon Medics? Und ich sage es das. So, das ist dein Lebenswirt ist. Ich sage es einfach mal gut. So,還 그때 habe ich jeden Falles plotiert. Ich okaye dir. So, wir gehen, wir schauen uns an die Beine. Aber tatsächlich trotzdem relativ lange. So, einmal die Bogenschützen bitte zur Kaserne. Einmal bitte blockieren. Dankeschön. Komm schon, Siegler, die Sachen plündern? Nee, nicht wirklich. Oh, wer kommt denn da? So, ich glaube, wir haben dezent gewonnen. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Man kann bei der KI immer so schön die Nahrung looten, weil sie ihre Minen mit allem beliefern. Das finde ich aber auch so süß, dass die Streikenden Sitter dann halt echt so ein Schild hochhalten. Wenn jetzt noch irgendwie verschiedene Werkzeuge irgendwie da drauf... Wobei, Werkzeuge wäre vielleicht verwirrend. Aber irgendwas, was so ein bisschen verschiedene Forderungen symbolisieren könnte, das wäre lustig. Kennst du Northgard? Vom Namen her. Aber das war es auch. Feuerwerk? Ich glaube, das könnte ein bisschen... Ah, da ist noch Platz. Die machen da jetzt Platz. Ich glaube, solange sie in der Nähe vom Land sind und da versuchen hinzufinden, kann es sogar sein, dass sie nicht sterben. Turm bauen. Nee, das dauert jetzt ewig. Ich glaube, das gibt kein Feuerwerk mehr. Magie des Südens. So. Wir gehen direkt hier runter. Haben wir... Ja, wir haben... Wir haben Geologen. So, wir brauchen den Turm nicht. So, und wir benötigen ein Wohnhaus. So, wir können das Wasser schauen. So, ich kann das so müssen. So, ich muss das so machen. So, ich darf es noch nicht enden, aber... ...wuhu... Wir haben dann, was wir gehen? So, ich weiß nicht, was wir... So, ich muss mich jetzt... So, wir müssen dann, was wir gehen? So, ich sab, wenn ich mich gerade... So, ich komme, wo wir gehen? So, ich kann es dir gehen? So, ich würde mich da mal vor. So, ich habe das so schnell. So, da ist jetzt so ein bisschen... So, ich kann das mal vor. So, ich kann das so. So, ich kann es nicht irgendwo... So, da gibt es Fisch. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr ein Startprogramm. Wir haben zumindest schon mal zwei Angeln. Ich glaube, die zwei Getreidefarm, die wir vorhin hatten, waren auch schon Overkill. So, hier unten gab es Gold, da gab es Eisen, da ist Kohl, das ist ja denkbar einfach. Nahrungstechnisch sieht es wieder so aus wie vorhin. Es wird bei der kommenden Challenge noch lustig. Warum jedes Mal daran zu denken, die Verhältnisse zu ändern? Ich glaube, die Verhältnisse zu ändern. Da würde ein Auffrischungszauber, glaube ich, sehr viel bringen, bei dem Kohleberg. Ich glaube, das ist die Verhältnisse. Hier ist ein Auffrischungszauber, weil ich dir diese Verhältnisse zu ändern. Ich glaube, die Verhältnisse zu ändern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja das Problem, weshalb ich auch unbedingt, wenn nicht unbedingt Helden-Einheiten, aber zumindest du Custom-Einheiten auch per Editor in einem neuen Siedler haben kannst. Das wäre mir wichtig. Weil darunter leiden, dass es nicht geht, leiden zum Beispiel auch die späteren Missionen, zum Beispiel bei den Mayas, wo du die zwei Priester beschützen musst. Dem Spiel ist aber egal, weil es nicht unterscheiden kann, ob du auch die Priester, mit denen du startest, ans Ziel bringst. Hier noch definitiv ein zweites Forsthaus, weil sonst führt das Sinn nirgendwo hin. Schade. Ja, in der Tat. Selbst mit Skripten sind Siedler-4-Maps dann doch recht limitiert. Produziere sich schon, dass er dann sich Häuser bauen kann. Das ist eigentlich ein gutes Problem, was man, also ein gutes Problem zu haben. Wird man Hauptmänner nicht sichern können? Oh, Hauptmänner, was sind so eine Fehlkonstruktion in normalen S4? Ich glaube, in Hauptmännern könnte man einiges an coolen Shit machen. Und vor allem, wenn Hauptmänner ordentlich integriert sind, kann man, finde ich, auch Helden besser integrieren, weil man Helden halt halt einfach Hauptmann-Mechaniken wiederverwenden lassen kann, zumindest so als Beiwerk. Das Problem mit Helden ist, wenn man sie nicht gerade irgendwo hinbringen soll, meistens müssen sie ja überleben. Meistens müssen die Helden einfach überleben und deshalb parkt man sie halt irgendwo in einer sicheren Area und macht nichts mit ihnen. Ja, Ubo könnte ihre Gesundheit und ihren Schaden erhöhen. Vielleicht kommt das auch noch, aber das wäre halt auch wirklich nur relevant für Missionen, wo du Hauptmänner hast. Weil es wird nichts daran ändern, dass sie nicht ihre Kosten, halt nicht ihre Kosten wert sind. Ich glaube, es wird nichts daran, dass sie nicht mehr haben. Ich freue mich, dass wir jetzt die Burg so früh brauchen. Komm, ich mache es nicht gerne, aber wir reißen den großen Turm mal früh ab. Es gibt immerhin noch mal drei Holz. So, das ist durch. Okay, die Burg ist damit auch versorgt. Jetzt muss es was Holz angeht. Okay. Wenn wir eine Waffenscheel zuerst brauchen, können wir natürlich auch einen Jäger hier hinsetzen. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel. So, wir brauchen jetzt auch langsam keine drei Geologen mehr. So, wir brauchen jetzt eine Waffenscheelung. So, jetzt ist Blau auch schön eingeschränkt. Wir haben ihm schön den Stein abgegraben. Warte. So. Und so. Und dann können wir immer noch einen Jäger hier hinbauen. Und dann können wir noch mal decreten hier hinbauen. Und dann können wir noch einen Jäger hinbauen. Und dann können wir auch noch den Jäger hinbauen. So, die Goldmine wird auch gebaut, das wird gebaut, hier das läuft. Okay, jetzt langsam läuft unser Sägewerk voll. Aber wir haben ja Zeit. Blau hat noch keinen einzigen Soldaten produziert und wir haben immerhin schon mal ein paar Waffen. So, ihr könnt auch schonmal Baumstämme hintransportieren. Ein Rush, nein, wir haben 58% KK. Ja, man könnte wahrscheinlich jetzt mit einem Dieb und den Bogen schützen. Ganz ehrlich, man könnte diese Kampagne wahrscheinlich nicht schneller machen. Ich werde das auch wahrscheinlich bei Maya Mission 1 ausnutzen und vielleicht auch ein bisschen bei... Bei Maya Mission 3 müssen wir auch zumindest den einen Gegner rushen, weil das sonst einfach maximal krampfig wird. Ich sag mal so, ich spiele die Kampagne jetzt... Also, ich will jetzt nicht ewig brauchen, aber ich spiele die Kampagne ja auch nicht, um mich mega abzuhetzen. Das ist so ein Trick, das lohnt sich vor allem bei Gebäuden, die ein Werkzeug brauchen. Wenn das Gebäude fertig ist und noch nicht besetzt ist, dann werden ja normalerweise keine Waren hingeliefert. Aber wenn du einmal Start-Stop machst, dann kriegen die Erträger schon mal die Aufträge, da Sachen hin zu transportieren. Ich glaube, in S3 ist das sogar Standard. Keine Ahnung, warum man es dann für S4 geändert hat. Das ist so ein kleiner Trick, der zum Teil durchaus einem etwas Zeit sparen kann, wenn es halt relativ lange dauern würde, bis der Siedler da ist und seine Arbeit aufnehmen kann. Hier könnte ich das jetzt auch machen. Lohnt sich in dem Fall sogar, weil ich den Müller nirgendwo sehe. Das heißt, die gehen jetzt schon mal dahin. Gut, die haben jetzt... Jetzt haben wir keine Siedler in der Nähe, aber die würden jetzt schon mal hingehen und das Getreide holen. Worauf man halt achten muss, aber was sich eigentlich von selber korrigiert, wenn dann das Gebäude besetzt ist, werden die Siedler einmal kurz die Sachen fallen lassen und dann wieder aufheben. Aber es ist eigentlich trotzdem... Kann man eigentlich immer machen. Das ist so eine kleine Optimierung, die irgendwann mal festgestellt wurde, dass die geht. So, wir brauchen noch eine Werkzeugschmiede und wir haben hier Platz für eine Kohlemine. Hi Song, danke fürs Prime Abo. So. Ähm, haben wir noch keinen Jäger? Da. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass der Jäger keine höhere Priorität für den Bürgen hat. Weil ich finde, eigentlich sollte der die höchste Priorität haben. Normalerweise braucht man nur ein oder zwei. Also es ist ja nur... Wenn man den gebaut hat, will man den ja auch besetzen. Das sind halt so Details, die ich gerne am Spiel auch mal ändern würde, wenn es gehen würde. So, und wenn hier der Stein weg ist, können wir auch noch ein bisschen mit Türmen arbeiten, wenn wir wollen. So, hallo Goldschmilzen. Wir haben nur leider keinen, äh... Mein Ding ist, wir haben kein Zeug. Oh, wir haben sogar schon fünf Bergmänner. Okay, wir brauchen keine so witzige Spitzsache dafür. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt hat Blau seine ersten Soldaten, aber wir haben auch schon 20 Waffen. Was machst du, wenn die Förster nichts mehr pflanzen können vor lauter Wegen? Das passiert ganz ehrlich auch nur... Also es kommt ja sehr drauf an. Also hier oben passiert das zum Beispiel nicht. Aber notfalls kannst du halt auch hingehen und, äh, die Wege versuchen wieder zu löschen. Oder du überlegst halt einfach deine Woodline, wenn sie halt wirklich scheiße liegt. Bei den Getreilleuten macht das tatsächlich keinen Unterschied. Die pflanzen tatsächlich auch auf Wegen. Das habe ich tatsächlich, glaube ich sogar in meinem alten Video irgendwann mal gesagt, dass die nicht auf Wegen pflanzen würden. Ich glaube, das ist sogar... Also ich habe gar nicht mehr im Kopf, was der aktuelle Stand da ist. Aber ich glaube, sie machen es nicht so gerne. Also sie bevorzugen normale Wiese und deswegen kann das so aussehen, als würden sie nicht auf Straße pflanzen. Aber wenn sie keine andere Wahl haben, dann pflanzen sie auch auf Straße. Das ist so eine Sache, wo ich halt finde, da müsste einem das Spiel eigentlich halt irgendwie erlauben. Also entweder sollten die Siedler, wenn sie nicht müssen, einfach generell nicht durch das, äh, Arbeitsgebiet hier laufen. Und dann das sollte man dann aber natürlich auch, ähm, einstellen können. Weil, wenn da gut laufende Getreide waren, brauchst du nicht, äh, bis zur roten Linie. Und dann sollten auch da die Siedler durchlaufen können. Oder du musst halt, äh, müsste halt irgendwie eigentlich generell sagen können, hier, ich nehme jetzt so einen Pinsel und dann kann ich das Gebiet hier einpinseln. Und dann kann ich sagen, Siedler sollen da bitte nicht durchlaufen. Das wäre eigentlich, finde ich, ideal. Und ich finde, das wäre auch okay. Also, es ist ja keine direkte Einheitensteuerung trotzdem. Es ist ja einfach nur, dass du halt eine Vorgabe machst. Ich finde, indirekte Einheitensteuerung ist halt etwas, das machen nicht so viele Strategiespiele. Gerade was die Zivilbevölkerung angeht. Aber wenn, alles, was die Siedler selber machen, dann muss ich mich natürlich darauf verlassen können, dass sie halt nicht komplett scheiße waren. Und deshalb, gerade bei so manchen Sachen sollte der Spieler halt notfalls auch die Möglichkeit dann haben, selber einzugreifen, wenn er merkt, das läuft gerade komplett schief. Das war ja auch so ein berüchtigter Fall mit dem Metzger von den Wikingern, dass da manchmal sich ein Siedler praktisch verkeilen konnte vor der Tür. Also sieht man jetzt hier nicht. Aber vor der Tür, es gab halt nur ein Feld davor. Das heißt, wenn da ein Siedler drin stand, dann konnte der Metzger kommen, wollte da reingehen, konnte aber nicht wegen dem Siedler. Aber der Siedler konnte wegen dem Metzger auch nicht rausgehen. Und dann sind wir irgendwann mal alle Gebäude durchgegangen, wo halt die Tür so komisch blockiert werden kann. Und haben halt da ein bisschen die Blockpostlines angepasst, dass halt immer irgendwie eine Ausweichmöglichkeit besteht. Zumal die Siedler ja normalerweise, wenn sie nichts tun, sowieso schon ein Feldabstand halten. Und dann passt das auch. So, wir müssen die Siedlung ja auch nicht komplett zerstören tatsächlich. Das reicht ja, wenn wir das Heiligtum der Mayas zerstören. Das müsste ja irgendwo da unten sein. Jetzt alle Missionen machen. Alle drei Völkermissionen. Also das komplette Hauptspiel fände ich ein bisschen sehr lang. Ich meine, was man theoretisch auch noch machen könnte, wenn man beim Hauptspiel bleiben möchte, wäre ja alle Einzelspielerkarten von dem Originalen. Minus Mimalaya natürlich, weil die endet ja nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Häuser. Das hier bietet sich auch so schön an für Mana. An eh die drei Völker. Ja, drei Völker ist der Plan für heute. Dass ich schön Footage für alle, die ganzen alten Missionen habe. Weil wie gesagt, das Original ist halt alles noch in 16 zu 10 und ohne HD Patch und ohne all die ganzen Fixes. Das heißt, es ist auch einfach nicht mehr repräsentativ, wenn ich das nutzen würde. Ja, wir machen mal noch ein paar Planierer. Davon kann man eigentlich nicht genug haben. 64% Kampfkraft. Ich bin mal gespannt, ob die mich die KI überhaupt angreifen wird. Wieso kann man keine Schwäfermine bauen? Ich habe diese Belohnung tatsächlich für diesen Stream deaktiviert, beziehungsweise ich werde es auch für die Vegan-Challenge deaktivieren. Gebt euch aber die Gelegenheit, eure Nuzlosium-Bestände wieder aufzubauen. Hier setzen wir auch ein großes Wohnhaus. Wieso zieht das große Wohnhaus nach hinten hin so viel Platz? Hat die Mission neu starten müssen? Das stimmt nicht. Ich musste safe scammen, aber wir mussten nicht die Mission neu starten. Ich hatte nur die Befürchtung, dass es so weit kommt. BB-Guy-Brush Ja, der ist jetzt inzwischen auch auf dem ZL-Discord und hat sich auch ein bisschen... War ja sogar bei Maurice Weber im Stream nach mir. Da habe ich ein paar interessante Sachen erfahren. Unter anderem den Grund, warum die Trojaner so gestaltet wurden, wie sie gestaltet wurden. Wirst du den Leuten die Punktes schon noch mehr Schwäfermine bauen müssen? Vor allem ist halt der Hintergedanke, dass es halt jetzt beim Longplay würde es, finde ich, stören. Und auch bei der Vegan... Also die Vegan-Challenge wird, glaube ich, stellenweise hart genug, ohne dass ich mich noch selber handicappe. Wieso meinst du die Trojaner? Ähm... Der Guy-Brush war wohl federführend bei den Trojanern, was deren Gestaltung anging. Und der hat, bevor er Spielentwickler bei Bluebyte wurde, hat der Maschinenbau studiert. Und das wollte er halt irgendwie dann einbringen. Deshalb hatten die ganzen Trojaner gebaut, halt alle irgendwie Zahnräder und irgendwelche mechanischen Mechanismen. So kam dann alles raus. Ich muss auch echt nochmal, glaube ich, ein Video darüber machen, dass die Trojaner echt eine verpasste Chance waren. Schwefel richtig ins Spiel zu integrieren. Generell Schwefel. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht... Also erstmal, wieso Bluebyte überhaupt gesagt hat, dass ein Bodenschatz rausfliegen muss. Ich meine, ein Stein kam dazu. Dafür sind dann Edelsteine rausgeflogen. Ich weiß nicht... Vielleicht hat man gesagt, konzessionell passt es nicht mehr. Aber wenn ein Rohstoff fliegen musste, nur weil es aus technischen Gründen... Weil man nur 5 Bodenschätze haben darf. Plus Fisch. Weil Fisch ist ja auch technisch gesehen ein Bodenschatz tatsächlich. Ähm... Der hätte halt Schwefel fliegen müssen. Weil realistisch betrachtet gibt es kein Hauptspielfolgen, das Schwefel benutzen dürfte. Römer, Wikianus ist ja eh nicht und bei den Mayas ist es halt einfach nur... Die haben es ehrlich gesagt nur, weil irgendwie man die Existenz von Schwefel rechtfertigen musste. Wo ist eigentlich Creative? Das stiftet niemand richtig unwohl im Chat. Ich glaube, Creative wird später dazu kommen. Aber wir sind ja heute auch relativ früh dran. Weißt du? Du hast überhaupt nicht Hebrews IDE, die sich in der Stadt und die sich in der Stadt. Und wir sind ja heute schon einmal ein paar Mal. Ja genau, wir sind ja heute von der Stadt. Und wir können nicht einfach gut ein paar Mal. Wir sind schon heute schon heute. Vielleicht ist das知ade. Wir können ja heute schon mal vor. Und wir wollen sie haben schon mal in drei Wochen. Wir können nicht alles gut innen. Dann sind wir gleich wieder auf den Baum. Wir haben viele Jahre. Genau, zieht mir bitte den, 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 äh, Tempel hoch. Mensch, Creative, kaum spricht man von dir schon, bist du da. So, genau, bringt man das ganze Zeug dahin, dass er wieder ernten kann. Ach, wir haben, sollte man doch dann denken, wenn ich eine dritte Fischerhütte setze, dass ich auch eine Angel in Auftrag gebe. Aber hier muss ich gleich auch wieder den, äh, hier muss ich echt mit den Zaubern arbeiten. Nein, bringt bitte das Gold zum Tempel. Eins, zwei, sehr gut, so. Tempel sollte, also Zielobjekte müssten, finde ich, nicht Priorität über die Kanzerne haben, aber Tempel schon. Wir kriegen einfach echt viel zu wenig, äh, Gold raus. Ich glaube, da unten ist noch ein bisschen. Da theoretisch auch. Jetzt nur die Tempel zerstört und die ganze Siedlung, äh, den Tempel. Ich werde nicht unnötig die Karten in die Länge ziehen. Außer, gut, man könnte sagen, bei dem, bei dem dunklen Volk wird es unnötig in die Länge gezogen, weil ich halt ohne Tempeltrick arbeiten möchte. Ich bin vor ca. 10 Minuten aufgewacht und direkt aufgeschoben, nur weil ich gesehen habe, dass du streamst. Mensch, ich, ich, ich kriege die Leute sogar aus dem Bett. Wäre das doch nur bei mir selber funktionieren würde. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir da etwa die Kaserne gefunden? Kann es sein, dass der schon ganz viel nicht mehr zu Ende gebaut kriegt? Weil er keine Steine hat? Weil ich ihm schön die Steine abgegraben habe. Kann das dezent sein? Siedlermangel. Das könnte auch sein, aber ich glaube tatsächlich, dass er, weil er so viele Gebäude da stehen hat, die nicht gebaut sind. Und er produziert ja auch Soldaten. Da setzt er einen Turm. Aber das Ding ist, die KI, wenn die keine solchen Steinfelder findet, dann, dann schaltet die halt komplett ab. Aber da hat sie Steine. Also so ist es nicht. Sie baut auch noch ihre Schwerindustrie aus. So, verteidigungstechnisch müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Okay. Ja, wobei ich glaube, da ist Absicht. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, das wäre halt extra geskriptet, dass der Römer da so wenig, dass er halt nichts macht. Beziehungsweise abschließlich scheiße spielt. Aber es ist halt wirklich einfach nur so. Ich glaube schon, dass es absichtlich ist, aber es ist schon schade, dass die KI halt nicht mehr... Also du kannst ihr sogar Rohstoffe schicken und es hilft ihr nicht. Das ist halt, finde ich, nicht in Ordnung. Weil der KI auch egal ist, sie für eine Steine sie noch besitzt. Und was ja auch okay wäre, wenn die KI Steinminen als Steinquelle erkennen würde. Aber auch das ist ja nicht gegeben. Komm, wir machen mal ein paar... ein paar Pios. Die drei, die fahren so viel... Ach, das hier ist aber nicht so schlimm. So viel, mega viel Platz brauchen die nicht. Hier ist es ziemlich eng. Aber die KI setzt ja auch dauerhaft ihre Sachen um. Aber komm, wir schwächen mal die KI ein bisschen. Weil mit der Soldatenlänge... Wir haben nicht so wirklich die Möglichkeit, Kampfkraft zu pushen. Beziehungsweise generell unseren Soldaten-Output. Die in der... Oh, ja. Das ist... Das ist ein Yikes. Ich würde ja auch gerne irgendwie die KI ein bisschen provozieren, aber... Ich sehe jetzt hier gerade kein offensichtliches Ziel, weil sie so viele Soldaten hat. Wir können natürlich probieren, sie mit ein paar Blitzen zu bewerfen. Neue Weizensorte wächst nur auf der Wüste. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die Mayas unbedingt Agaven kriegen mussten. Also auch das ist wieder so, als hätte man krampfhaft irgendwie versucht, die Wüste als... als Gebiet zu rechtfertigen. Und dafür hat man dann Schlamm einfach rausgelassen. Ich würde sagen, Schlamm hätte man, finde ich, noch irgendwie rechtfertigen können, als Spezialangebot für Kakao. Komm, wir können keine Kampfkraft pushen, aber wir können Mana pushen. Dann können wir gleich ein paar Blitze schleudern. Einfach die ganzen L1er loswerden damit. Auch hier die Rüstung, die hier liegen. So, ganz ehrlich, komm, wir machen L2. Ich habe so eine Waffenüberproduktion, die ich nicht wegkriege. Ich könnte auch sagen, L3 Schwertis und der Rest nur L1, aber... Das mache ich nicht so gerne. hat die ganze Waffenüberproduktion mit Rüstung blockiert. Das ist aber auch seltsam. Das ist aber auch seltsam. Und dann kann ich kreis, das ist aber auch seltsam. Also habe ich dann mal Was soll mit der Musik sein? Außer, dass der halt ein bisschen einen Schlaganfall kriegt durch die ganzen Wechsel. Waffenschmiede, bitte machen nur Rüstungen. Das war auch zwischendurch so eine Debatte, ob sich eine eigene Rüstenschmiede lohnt. Wenn man halt dann unterm Schnell auch mehr Rüstung für Hüten hätte. Okay, wir sammeln schon mal Kills. Das ist ja auch so traurig, dass Kills durch Zauber nicht zählen. Oder auch Kills, wenn man Türme einreißt mit Axtkämpfern. Hey, er produziert sogar ein paar Hauptmänner. Diese Getreidefarm besetzt er nicht mal. Ich glaube, er hat selber gemerkt, dass das die Kacke ist. Einfach alle Schmieden, die es gibt, durch ein Crafting-Table ersetzen. Das ist die besten Ubo-Hauptmänner. Ich glaube, Ubo hat ein... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendeine Änderung an den Hauptmännern gepusht haben am Ende. Das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist halt ihre Gesundheit und ihren Schaden zumindest ein bisschen erhöhen. Dass sie halt in der Hinsicht schon mal Spitzenreiter sind. Aber da sie immer noch drei Gold und zwei Waffen kosten. Also so absurd gut kann man die gar nicht machen. Wobei es wohl tatsächlich... Es soll ja wohl mal eine Zeit gegeben haben, wo die Hauptmänner die beste Einheit im Spiel waren. Und dann irgendwann war wohl mal ein Blue-Bide-Mitarbeiter zu Gast bei einer Lahn und hat sich gewundert, dass die Leute nur Hauptmänner produziert haben. Rüstungswert erhöhen ginge auch. Aber kannst du halt auch nur bis... Also ich meine, du kannst es auch bis 255 theoretisch machen. Aber dann hast du halt eine komplett unverwundbare Einheit. Und es gibt halt auch keine separate Nahkampf- und Fernkampfrüstung. So, unsere Datenproduktion läuft. Das da läuft. Ich will, dass die sich da sammeln. Ne, es steigt tatsächlich der ganze Schaden, also die ganze Kampfkraft. Aber halt nur von Soldaten, die zur Zeitpunkt, wenn du die Gruppe erstellst, oberhalb oder auf der gleichen Höhe links vom Hauptband stehen. Sonst nicht. So, ich glaube, langsam können wir auf Angriffskurs gehen. Komm, wir ballern den Convert rein und snacken uns die Hauptmänner. Die stehen da so schön. Töte ihn, Sanitäter! Töte ihn, Sanitäter! Dann sind nochmal eigene Limits drin, die sich aber oft halt auch daran orientieren, was du hast, damit die halt nicht komplett an dir vorbeizieht. So, wir gehen jetzt auch langsam in die Offensive. So, wir gehen jetzt auch langsam in die Offensive. Mensch, die KI hat hier sogar Pioniere stehen, die sie nicht nutzt. Na kommt Leute, snackt euch die Nahrung. Aber wir werden gerade ziemlich aufgeteilt. Kommt, ihr, ihr schlagt euch durch. Wir müssen nur das hier zerstören. Wir müssen nur das hier zerstören. Wenn sie jetzt versuchen sollten, in den Gegenangriff überzugehen, ist das mein Glück, weil dann laufen sie halt da rein. Ich glaube, der Tempel muss nur zerstört werden, der Rest nicht. Jetzt hat die Stärktürme nicht besitzt. Ja, gut. Die Schwierigkeit soll ja auch mehr sein, da hinzukommen. So. Das war's. Das war Mission 2. Kommen die jetzt noch zu mir? Wir müssen nochmal einen Blitzzauber einsetzen. Nee, aber die machen jetzt auch nichts mehr. Die führen nur noch ihre letzten Befehle aus. Und gut ist. Wir haben zwar noch über 100 Soldaten, aber sie haben einfach aufgegeben. Blockadebrecher. Es ist uns... Errichten Sie eine starke Befestigung und reißen Sie alle anderen Türme ab. Ja, das empfehlen Sie einem hier schon einfach. Okay. So, wir bauen ein Wohnhaus. Wir bauen einen Turm in die Richtung. Wir bauen einen Turm nach unten. Ich glaube, hier auf der Karte war Gold ziemlich schlecht. Wie sieht's aus? Wir haben sogar vier Sägen. Mensch, wir werden ja richtig überschüttet hier. Aber wir machen erstmal nur zwei. So, wir brauchen zwei Geologen für hier und drei für da unten. Und dann können wir einen Turm nach oben auf. Und dann werden wir einen Turm nach unten und nehmen. Ich glaube, das ist dann auch schon gut. Wir machen erstmal einen Turm nach unten. Und dann auch noch nicht mehr das gesamteiblings. Und dann in der und der schnee Dannen Sie sich mal bestimmt noch nicht mehr. Und dann sieht einen Turm nach unten aus. Auch noch nicht mehr aus. Und dann Crofel eigentlich auch nicht Illwaren. Ich jetzt habe mich immer wieder auf das Karte. Und dann ist das Ding. Ich mache den Turm nach unten. Und dann muss mich ... Da, und dann bein. Ich muss sich wirklich einfach aus. So, dass der auch bloß keinen höherwertigen Soldaten von weiter weg holen will. Ach ja, hier, das ist der Kackberg, wo nichts drin ist, gefühlt. So, hier haben wir auch ein bisschen mehr Startnahrung. So, drittes Sägelwerk, ich weiß nicht, ob wir das vierte bauen werden. So, drittes Sägelwerk, ich habe nur einen Lager gesetzt. So etwas sollten wir vielleicht mal gerade ändern. Kann ich auch nur so sehen, wenn ich einen Stream nachschaue, nur wenn du live bist. So viel ich weiß, geht das nur, wenn ich live bin. Wobei ich die Option, zumindest dem Streamer anzubieten, dass man das ermöglicht, wenn Watts geschaut werden. Das würde halt Sinn machen, wenn Twitch irgendwie Interesse daran hätte, eine Plattform für Watts zu sein. Aber da bin ich ja letztens nochmal drüber gestolpert. Als Affiliate darfst du ja offiziell die Sachen erst 24 Stunden später irgendwo anders hochladen. Nur, ganz ehrlich, ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht mehr, was das soll. Weil erstens ist das kaum, es gibt ja so viele Affiliates. Affiliate ist kein, es ist schon ein Meilenstein, aber es ist jetzt nicht super exklusiv. Selbst Partner sind nicht mal unbedingt nur Leute, die halt den Punkt erreicht haben, wo sie von Twitch leben könnten. Und dann siehst du, wenn ich dann meine Sachen, Abrechnungen mache, gucke ich halt auf meine Twitch-Streams, um zu gucken, wann ich gestreamt habe und stelle fest, das geht nicht mal einen Monat zurück. Du musst hier in so eine Stunde, bis du es so anders hochladen darfst. Offiziell. Wobei, ich glaube, hochladen darf ich es, also hochladen tue ich es auf Twitch, äh, nicht auf Twitch, auf YouTube sowieso schon vorbei, damit es verarbeiten kann. Das dauert ja je nach Länge durchaus auch nochmal so seine 12 Stunden. Aber ja, sobald du Affiliate bist, hast du streng genommen alles, was du auf Twitch streamst, hat dann eine 24-stündige Exklusivitätsperiode. Was, wie gesagt, verständlich, Ehre, wenn Twitch da halt irgendwie was mitmachen würde, aber tun sie nicht. Kohle gibt's da und es gibt, ah, ja, der Berg hier ist kacke, das kann man nicht anders sagen. Dann müssen wir uns mal eine gute Eisenmine, eine gute Steinmine. Gold. Da gibt es dann Kohle. Wir haben immer noch schon mal 30 Kohle zum Start, das ist schon mal angenehm. So, ich würde behaupten, dass wir keine, dass wir keine Werkzeugschwinde benötigen, weil wir so viel zum Start hatten. Na, Wots werden nicht darauf aufgespeichert. Nicht auf Twitch. Zahlen? Woah. Musik Ich würde schon sagen Twitch. Ja gut, du kannst auch auf YouTube streamen. Also das kann durchaus auch eine Option sein. Aber ich würde halt grundsätzlich sagen... Aufnahme nebenbei laufen lassen, dass du es auch direkt in... Weil du kannst ja nicht in Superqualität streamen. Ich glaube, ich mache 720p. Ich weiß nicht mehr, ob ich 60fps mache. Mit 6000 Quibit-Bitrate. Mehr lässt Twitch auch gar nicht zu. An Bitrate bei Give the Way. Anders als YouTube. Da ist YouTube tatsächlich voraus. Und dann halt die Sachen nochmal separat halt auf YouTube. Ich würde dafür, wenn man halt wirklich nicht viel macht, dann wirklich auch wie ich einen zweiten Kanal machen. Dass dir das nicht die Watchtime runterzieht. Weil ich weiß nicht, wie das YouTube unter Umständen einem negativ auslegt. Wenn du halt auf der einen Seite kurze Videos hast, die dann natürlich auch eine gute relative Watchtime haben. Und dann hast du Wads, die halt mehrere Stunden gehen, die sich halt nicht so viele Leute komplett angucken. Ja, bei der Auflösung ist halt mehr und bei der Bildrate ist mehr das Problem, dass halt der PC damit auch mitkommen muss. Und ich glaube, dafür ist mein PC dann doch ein bisschen zu underpowered. Weil der halt auch schon wieder einige Jahre keine Upgrades bekommen hat. Gerade bei der Grafik. Das ist ja dann, glaube ich, auch schon meistens mit GPU gestützt. Und eine 1070 kommt da dann schon an ihre Limits. Also Hauptspiel. Drei-Völker-Kampagne ist Hauptspiel. Das ist Römer 3. Hier haben wir sogar, also wir haben hier zwei Gegner. Pass auf, wir machen hier nach hinten raus. Da haben wir die großen Türme. Dann machen wir hier die Kaserne und hier ein Lager. So, wir machen ein Wasserwerk und zwei Getreideform. Dann könnt ihr auch die Bots auf nicht gelistet auf den Hauptkanal hochladen und dann alle eine öffentliche Playlist reinpacken. Ja, wie gesagt, es geht mir halt mehr um die Metriken unter der Haube, wie das unter Umständen halt den Empfehlungsalgorithmus beeinträchtigt. Und es ist auch ordentlich, ja. Weil die Leute, die dann Hauptcontent gucken, heißt ja nicht automatisch, dass die auch dann sich die Bots angucken. Und dann ist das halt klar getrennt. Aber Botschannel ist definitiv etwas, was ich durchaus empfehle inzwischen. Also abgesehen davon, dass man halt ein Archiv für sich selber hat. Das Ding ist, auf Twitch wachsen ist kein Ding. Das passiert nicht. Du musst halt schon fürs Wachstum musst du auch auf YouTube oder auf anderen Plattformen sorgen. Sei es, dass du Best-Offs machst und Highlights zusammenschneidest, sei es, dass du deine Wots hochlädst. Wenn HGL ein Erfolg wird, kannst du dir deine 4080Ti-Superdeluxe kaufen. Ich glaube, dann sind wir sogar noch mal ein bisschen weiter. Aber ja, grundsätzlich schon. Welches Gebäude ist von SIGL4 vom Aussehen ja dein Favourite? Oh, das ist schwer. Das ist echt schwer. Ich habe ja auch kein Lieblingsvolk in dem Sinne. Ich finde, die Trojaner haben allgemein sehr schöne Gebäude. Die Mayas haben aber auch eine Menge coole Sachen. So klar ist es, finde ich, nicht. Man kann schon auf Twitch wachsen, wenn man halt mehr verschiedene Spiele spielt. Ähm, ich spiele sehr viele verschiedene Spiele. Aber genau das ist es, was dem Kanal eher schadet, in einem Fall. Oh, guckt mal, Nutzlosium. Aber auf Twitch wirst du, du hast halt auf Twitch keine Discoverability, weil es keinen Algorithmus gibt, der gezielt irgendwie halt Kanäle pusht, die dich groß interessieren können. Und du bist halt auf Twitch nur sichtbar, solange du streamst. Und das ist halt aufgrund der Natur der Sache halt immer nur ein sehr begrenztes Zeitfenster. Und das ist jetzt daraus, dass Leute überhaupt aktiv nach Sachen gucken. Ich bin jetzt immer dieselben Spiele. Ähm, ich habe letztens Sonic Spio 6 wieder eingeschoben. Dark Souls, Daughters of Ash ist halt im Moment noch ein Thema. Siedler ist jetzt wieder ein Thema. Minecraft. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer dieselben Spiele sind. Es sind mehr Spiele, als ich eigentlich jonglieren kann. Neuere Spiele. Ich spiele fast nichts an AAA-Titeln, wenn es rauskommt. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Weil das meiste ist eh rands. Anno. Anno hätte ich auch nochmal Bock drauf, aber ich würde gerne auch nochmal 22.05 durchspielen. Mit, weil die DLCs habe ich damals nicht mehr mitgenommen. Oh, das hier ist so perfekt für eine Mana-Produktion. Das kann ich eigentlich nicht links liegen lassen. Muss mal Fortnite oder CD spielen. Nein! Ah, okay. Ja, ich glaube, das war die Mission. Da hat... Ich erinnere mich noch dunkel. Mein Freund hat die nämlich auch geflucht. Dass es halt irgendwie nirgendwo Gold gibt. Ich glaube, hier musst du fast schon auf L1 gehen erstmal. Nein, auch damit dich die KI in Ruhe lässt. Sehr viel Minecraft. Dark Souls, Sonic, Stardew Valley. Stardew Valley kommt... Das ist ja auch noch... Das schiebe ich auch noch vor mir her. Das muss ich auch noch weiterspielen. Ich meine, da kommt ja sogar der nächste nochmal ein Update. Wobei das, glaube ich, nicht so riesig ist vom Inhalt her. Sondern mehr halt unter der Haube. Und viel für Modder. Und es wird wahrscheinlich zeitlich bei mir eher weniger als mehr möglich in Zukunft. Also weiß ich echt noch nicht, wie ich das machen soll. Das ist ja die Welt, die ich bei ihm noch nie gesehen habe. Das ist aber auch schon eine Weile her. Aber ich habe ja sogar ein Video dazu gemacht. Aber wir haben halt auch nach Jahr 1 wieder aufgehört. Und ich wollte eigentlich halt da meinen ersten Perfection Run machen. So, einmal eine Jagdhütte hier. Eine hier unten. Dann ist das nämlich auch mit dem Fleisch erstmal geregelt. Wieso ist hier schwer... Hier ist Gold. Hier, 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 hier. Stardew Valley Expanded. Ja, wobei, das würde ich vielleicht eher in einer eigenen Serie machen wollen. Aber ja. Ich würde auch gerne mal ein paar Minecraft Mod-Bags ausprobieren. Aber da bin ich halt so hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite... Ich müsste eigentlich wenn was machen, was ein festes Ziel hat. Aber ich finde, dann baut man halt nicht so coole Sachen. Also vor allem auch große Sachen. Die einfach nur... Was heißt Selbstzweck? Aber einfach nur von der Aufgrund ihrer Größe cool sind. Und da ist halt auch viel Auswahl. Und ich weiß nicht, manche Mod-Pags... Also ich finde, bei Mod-Pags bin ich immer sehr skeptisch. Hast du die Schwefelminen-Belohnung entfernt? Nein, ich habe sie nur abgeschaltet. Weil, wie gesagt, jetzt beim Longplay... Und wenn, ähm... Wenn wir die Vegan-Challenge machen, würde das nur stören. So, da oben, da ist es safe. Leute, gerade wo du gesagt hast, du bist der Schwefelminen, würde ich eine Schwefelminen bauen lassen. Ja, da sieht man wieder, wie durchtrieben du wirst. So, da oben, da oben, da oben, da oben. Ja, die Goldminen da oben ist richtig kackgelrocken, wenn die hier... Wir brauchen eine Angel. Das ist nicht so, als hätten wir einen Mangel an, äh... An... An Fisch. Aber ja, wir brauchen mal noch eine Werkzeugspiele. Hast du gar nicht mehr die Musik drin von Siddler 3? Doch. Ist doch schon ein paar Mal jetzt abgespielt worden. Aber es ist ja auch noch Siddler 2-Mission, äh, dazwischen. Und Siddler 2-Musik. Ich muss eigentlich auch mal vom Original Siddler 2 die Musik mit einfügen. Aber die passt halt auch nur sehr bedingt zu den Völkern, die es schon gibt. Also außer den Römern. Die Römer-Playlist ist schon die längste. Weil die Römer einfach gefühlt in jedem Siddler drin sind. Und es ist in jedem Siddler, was ich auch Siddler nennen darf. Also was den Namen verdient hat. Es fehlen Bögen. Es fehlen Angeln. Leute. Es fehlen Siddler. Siddler 4, aber wenigstens, wenn ich Schäfe sage, muss ich eine Schäfe-Mine bauen. Ähm, nein. Nein. Da könnte man noch einen Stein wieder bauen. Wir haben sogar noch, äh, Spitzhacken und Äxte. So, hier durch die Römer-Playlist. Da drüben müssten die Mayas sein. Eine Landverbindung wäre da, glaube ich, einfach ganz gut, dass wir dann das Gebiet plündern können, wenn wir es erobert haben. Ähm, du kannst umziehen. Du auch. Du machst nochmal hier die Bäume weg. Du kriegst gleich eine Angel. Du kannst noch weg. Du kannst noch weg. Du bist der Weg. Du kannst noch weg. Du kannstich noch weg. Du kannst noch weg. Du bist der Weg. Du hast du Zeit Staffel. Du hast toughest von dir in die parse mé스4 jeistet. Du kannst noch weg. unterversorgt. Jetzt schon? So, hier läuft es langsam an. Die Aussichtszimmer werden nicht mehr besetzt. Das mit den Aussichtstürmen, dass die einen Siedler brauchen, ist auch so ein Scam. Also sie funktionieren ja auch ohne. Also wenn, dann sollten sie halt auch erst ihre Arbeit aufnehmen, wenn halt ein Siedler drin ist. So, wir kriegen zum Beispiel halt ein paar Siedler dazu. Dass die einen Siedler brauchen, das stört mit meiner TV-Milk. Wie, dringend? Hä? Was meinst du mit der Geschwindigkeit der Siedler? Die Straßen meinst du, oder? Also die Wege und die Trampelfahrt geben halt jeweils einen Boost. Da habe ich auch ein Video zu. Aber man muss halt schon sehr genau hinsehen, um den zu bemerken. Und es profitieren halt auch wirklich nur Träger davon. Also Soldaten oder alles, was steuerbar ist, profitiert nicht. Oh, was haben wir denn hier? Kommt mal schön da raus. Da sind die Mayas. Wenn die erst funktionieren würden, wenn die den Siedler hätten, würde das meine TV-Map kaputt machen. Gut, deine TV-Map basiert halt auch darauf, dass das Spiel kaputt ist. Das ist das Spiel kaputt. So, du kannst gleich hier arbeiten. Wir übertreiben mal ein bisschen mit dem Mana, wenn wir schon nichts anderes machen können. So, ein paar schöne Häuser hier am Fluss. Das wäre irgendwie auch cool, wenn die Siedler so ein bisschen, zumindest bei den Wohnhäusern auf Grundstückswert achten würden. Boah, da könnte man eine komplette Mechanik drüber strecken, jetzt muss ich drüber nachdenken. Einmal natürliche Features, dann Ziehobjekte, in einem gewissen Umfang andere Häuser. Da könnte man theoretisch dann sogar drauf basieren lassen, wenn man sie halt langfristig Siedler produzieren lassen möchte. Ja, das ist... So, würde ich mir vielleicht mal notieren. Das sind ja da noch Vorlieben, die können ja auch nach Polk ein bisschen variieren. Also, Wikinger wollen vielleicht mal in einem Wald wohnen und... Keine Ahnung. Mayas denken sich halt so... Ih, Holz. Das ist ja so Billo. Neben Schäfeln, die da minus 100. Okay, langsam, man kann aber jetzt auch die... Okay, wir haben auch tatsächlich wieder, sehr gut. Wir haben hier... Hier schicken wir schon mal einen Priester hin. Hier schicken wir einen Priester hin. Weil es aber auch noch was bringt. Bei der Mine. So, du kannst noch da oben aufräumen. Wenn es zu viel Minus ist, laufen die Siedler als Gegner über. Oh, das wäre fies. So, ich glaube, wir brauchen mal ein paar Spitzhacken und dann mache ich mal ein Werkzeuglager. Das ist normal. Noch ist es sehr ruhig. Fies. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier hinten ist halt auch nichts Sinnvolles. Ich glaube, er ist noch nicht hochgeladen. Also das letzte Update war tatsächlich nur S3. Hi Artformer, willkommen zum Stream. Okay. 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 Heute keine Schwefelminen. Nein, Schwefelminen sind heute aus. So viel schöner Sumpf, den man wegzaubern könnte, wenn es irgendwie Bedarf dafür gäbe. So, komm, transportiert das immer den ganzen Wein dahin. So, ich glaube, Siedlermangel ist jetzt auch auf absehbare Zeit behoben. Aber wir brauchen mehr. Neunzlosium wird zum Weg zaubern. Das kriegst du aber auch, das kannst du ja auch nur auf Römerkarten machen. Selbst dann ist halt auch die Frage, ob dir die Gelegenheit gegeben wird. Aber hier müssen wir mal kurz eine Pio-Straße ziehen. Die müssen ja nicht hier den ewig langen Umweg laufen. Aber ich krieg so den Eindruck, angegriffen werden wir nicht mehr. Machen noch mal ein paar Türme, aber ansonsten... Weil das Ding ist, so rar, wie das Gold auf der Karte ist, würde ich eigentlich eher in Ziehobjekte investieren wollen. Ähm, ja, die Ägypter konnten in S3 den Sumpf wegzaubern. Mit, äh, ich glaube, mit Horus-Hitze oder Horus-Dürre. Aber Schnee ging nicht. Ja, stell dir vor, dass zwei Zauber, die mit Hitze zu tun haben, und du kannst keinen Schnee wegzaubern. Also das ist halt schon sehr lame. Ich verstehe auch nicht, warum man das rausgenommen hat, dass es unter Schnee Rohstoffe sein können. Also gerade jetzt, wo alle Völker es haben, hätte das ja auch sinnvoll sein können. Da ist noch mal Gold. So, und wir machen noch mal ein paar Bios. Ah, so gefallen mir die beiden Felder. Wieso können die nicht immer so schön aussehen? So, falls wir später unbedingt müssen, können wir immer noch, äh, gezielt L3-Schwertis machen. Hm, wo platzieren wir denn mal was? Aber ganz ehrlich, hier drüben das Gebiet nutzen wir sonst eh nicht. Einfelder sollten immer der, sonst ist es ja da und nicht im Glas. Aber jetzt müssen sie natürlich unbedingt hier durchlaufen, ne? Werde ich beschlossen, dass zum Beispiel als der gleich nur 8 Holz lagern kann? 8 Bit. Ja gut, wahrscheinlich hat sich die 8 irgendwann mal durchgesetzt, für als Stapelgröße und dann wurde damit gearbeitet. Ich habe tatsächlich ja mal damit experimentiert, ob es möglich wäre, dass, äh, man einfach noch einen zweiten Stapel hinzufügt, dass zum Beispiel die Wikinger Holzfäler, äh, nicht die Holzfäler, die, ähm, Wikinger Sägewerke einfach ein bisschen mehr Luft haben, was das angeht. Aber leider geht das nicht. Es geht ein bisschen der Stein aus. Und hier kann man noch was hinsetzen. Aber ansonsten wird es steinetechnisch echt eng. Aber nicht genug. Irgendwann vielleicht nicht genug Brot. Vielen Dank, Wildcat, willkommen zum Stream. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wäre gut, wenn ich Siedler gehe, würde ich die Straßen in den Wiesen umwandeln. Einfach Straßen selbst platzieren lassen. Das ist nicht so... Also, wenn es Pioniere halt gezielt könnten, würde das gehen. Aber du kannst Straßen nicht als Gebäude behandeln. Das wäre, glaube ich, äh, sehr schwierig. Weil sich Straßen auch einfach nicht wie ein Gebäude verhalten in Studio 3 und 4. So, komm, mach mal bitte eine Verbindung. Jetzt ist es aber blau, der zurückfällt. Okay, die Sachen sind noch nicht mal alle fertig. Und wir haben trotzdem schon jetzt die 100% Kampfkraft erreicht. Meine ganz normale Straßen waren wie ein S2. In der S2 waren Straßen aber auch entsprechend groß. Und S2-Straßen waren ja auch sehr beschränkt. Also, das konntest du gar nicht so skalieren. Nicht ein Zauber. Ich finde, für einen Zauber... Also, für Soldaten ja. Für Träger nein. Fände ich nicht. Also, ich finde, das wäre nicht worth. Der müsste ja ewig halten, damit sich... Oder jetzt extrem billig sein, damit das irgendwie... Auch noch annähernd worth ist. Habe ich noch Spitzhacken? Ja, sehr gut. Okay, jetzt langsam können wir mal... Wir haben jetzt so viel überproduziert. Und jetzt langsam können wir mal auf L3er gehen. 105% Komm, wir provozieren einfach mal grün. Dann können wir uns gleich auch sein Gebiet snacken... ... und alles, was da drauf liegt. Und dann können wir uns gleich wiederholen. Musik So, bringen wir mal ein bisschen Schwung in die Bude. Wobei, warte, wir sollten vielleicht warten, bis die Bogenschützen auch hier sind. Ah, wir können die nicht alle der Steuergruppe hinzufügen, das ist das Problem. Steuergruppen sind ja immer noch auf 100 beschränkt. Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Das ist gut. So, das ist nicht ganz das Ergebnis, was wir haben wollten, aber es ist okay. Grün ist jetzt gut dezimiert. Mal sehen, ob sie jetzt einen Gegenschlag wagen. Moment, kommen eher die Waffenschmieden nicht hinterher. 120. Ja, so sollte es sich auch anfühlen. Wo ist der eine Brise, die ich hingeschickt habe? Uh. Uh, was kommt denn da? Jetzt meinen die doch glatt mit ihren wahrscheinlich 70 KK oder was die haben, hier einzumarschieren. Wollen wir uns die Soldaten snacken? Als müsste ich schwertig, das wäre halt schon gut, oder? Da ist auch ein Hauptmann dabei. Hast du gerade Uru gesagt? Ich glaube, das ist doch nicht das erste Mal, dass ich das sage. Oh no, sie haben meinen Turm gebaut. Anyway. Das war noch nicht mal meine finale Form. Sie kriegen ihren Tempel nicht fertig. Aber sie haben Gold in ihrer Siedlung. Wieso kriegen die ihren Tempel nicht fertig? Sie haben sogar eine Agavenfarm. So, wir lassen den Teil der Siedlung einfach mal links rein. Und schicken mal die bekehrten Truppen dazu. So, ein Lazarett bitte. Oh, so viele verletzte Soldaten. Ähm, wir haben ja zum Glück ein paar Medics konvertiert. Ah, jetzt bekommen wir das Problem mit der Kohle. Kohle wird ein Problem. So, komm, wir erobern mal hier das Gebiet. Dass wir hier auch gleich schön Rohstoffe snacken können. Okay, stop, zurück. Oh, hier liegt so viel Zeug. Oh, hier liegt so viel Zeug. Den holen wir uns. Dann gehen wir alle, alle, alle Sachen zurück. Boom, hier. Ihr guckt mal das ihr euch an. Lazarett ist fast fertig. Blau macht auch keine Anstalten, da irgendwie zu helfen. Ähm, okay. Ich habe ihn eigentlich zwar zum Lazarett geschickt, aber dafür läuft er dann lieber ins Verderben. Ist okay. Okay. Ich habe es einfach geschafft, hier das alles leer zu mienen. Oh, der wird... Achso, der wird auch. Stein, da muss man malen. Oh, das Stein hat er hier. Okay. Bitte nicht, Uron. Weil es der Weinberg an einzigen Straße geht. Aber die vielen Wein... Vor allem es sind so viele Weinreben, aber die werden auch schön abrasiert, alle. Mine findet keine Bodenschätze mehr oder ist unterversorgt. Welche? Die hier. Ja gut, dann reißen wir die jetzt mal ab. Wir haben bessere Minen, glaube ich. Im Maja-Gebet. Komm, die drei Türme, da behalten wir mal. Als Zeichen unserer Dominanz über die KI. Ja gut, die drei Türme, da behalten wir mal. So, komm, ihr macht mal hier frei. Ich glaube, langsam kommen wir an den Punkt, wo wir auch komplett auf Schwertkämpfer setzen können. Hallo, blau. So, grün ist offiziell nicht besiegt, aber das ist okay. Unser erstes Feuerwerk. Liegt einfach so viel Shit, guckt euch das an. Wir brauchen mehr Waffen. Aber wenigstens läuft jetzt das alles wieder rund. Gut, es hilft natürlich, dass wir jetzt hier die ganzen Vorräte uns snacken. Und dass wir jetzt hier bei so vielmehr hier brauchen. Wir brauchen mehr Waffen. Aber hier liegen leider die Waren noch im Weg, das heißt, da wird erstmal noch nichts gebaut. So, wir setzen ihn noch an. Wir schauen auf die zwei. Ich baut mal den Turm zu Ende, hier kommt schon mal hier rüber. Das sind ja komische Wege, die immer gehen. Ähm, warum läuft er jetzt in eine völlig andere Richtung? Okay, jetzt haben den Turm doch zu Ende gebaut. Das ist ja komische Wege, das ist ja komische Wege, das ist ja komische Wege. So, einmal den Schild. Mensch, sie benutzen ja sogar mal KI, äh, sogar mal Magie. Sie benutzen sogar mal KI, das wäre gut, wenn sie das mal nutzen würden. Okay. 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 So, und damit ist unser Mana auch verbraucht. So, und damit ist unser Mana. Das war's für heute. Hier kommt da lang, dafür kommt ihr hier hin. Ihr macht euch auf den Weg. Was macht Blutrausch nochmal? Doppelten Schaden für Nahkämpfer und Spezialeinheiten. Was macht Blutrausch. So, das müsste hier oben irgendwo... Wow, er läuft sogar schon extra hier den Weg lang. Also ja, gehen wir hier hin. Ich glaube, das Heiligtum ist auch irgendwo hier. Okay, der Turm ist ein bisschen random, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hier auf dem Bügel war es, oder? Ja, doch ein paar Hauptmänner, dafür kosten sie... Moment, du meinst, dass Hauptmänner Blutrausch anwenden sollen? Ähm, wo war nochmal die heilige Stätte von den... Von den Dudes. Ich glaube, hier sind die einfach nur hinexpandiert. Dass sie standardmäßig Blutrausch haben. Äh, das geht nicht. Da wäre eine generelle Buff-Aura, die halt nicht auf Steuergruppen basiert, sondern auf Distanz zu anderen Soldaten wahrscheinlich sogar noch einfacher. Hä, wo ist die... Wo ist das Heiligtum? Als ob das hier drüben war. Das sieht so aus, als ob sie einfach nur die KI hier standardmäßig lang expandiert. Und hier ist die Siedlung schon vorbei. Okay. Vor allem, wenn es hier oben ist, kann man hier doch voll die Speedrun-Strats machen. Hä? Hä? Habe ich die... Ist jetzt blöd? In der Ecke oben. Kann ich gleich mal gucken, aber... Das wäre auch komisch. Weil hier ist keine Grenzverbindung. Hier ist noch ein Turm, aber... Die haben auch nur noch... Die haben nur noch diesen einen Turm. Danach ist es vorbei. Aber das Maya-Heiligtum hat sich schon zerstört. Da müssten wir eigentlich ja schon gewonnen haben. Oder gar... Kann mal jemand ins Skript von der Mission gucken, ob nicht vielleicht das mit dem Heiligtum eine dreiste Lüge war? So. Spieler wurde besiegt. Mehr können wir hier doch auch nicht tun. Also außer jetzt noch... Grün besiegen. Die Städte der Wikinger erkennen sie an einem Teilwachsenhöhen-Eingang mit der Statue eines Kriegers davor. Hat die irgendjemand gesehen? Der große Tempel wurde nicht fertiggestellt. Da war aber nicht das Heiligtum. Okay, also es müssen doch alle besiegt werden. Ich liebe das, wenn... Wenn einem ein anderes Missionsziel suggeriert wird. Was sowieso schon ziemlich nah dran ist, wenn man sich natürlich die Siedlung durchkämpfen muss. Aber am Ende doch nichts ist. Oh, okay. Ich glaube, hier hat der HD-Patch noch ein bisschen... Nachbesserungsbedarf. Let's watch together von deinem Tutorial zu dieser Mission. Oh, nee. So, Wikinger. Die Steinmenschen. Boah, wie oft ich diesen Text gehört habe. So, wir benötigen ein Wohnhaus. Wir benötigen einen Steinmetz. Wir benötigen zwei Pios. Drei Geologen. Vier Bauarbeiter. Sieht auch genauso im Hauptspiel aus. Ich muss sagen, ich mag zum Teil auch die englischen Namen von den Missionen. Ich habe mein Skript wie den Pult gemacht. Ich kenne das. Das passiert halt. Das gehört dazu. Tatsächlich, das hier ist glaube ich auch eine der Missionen, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Beim veganen Playthrough. Weil als Wikinger werden wir keine Magie einsetzen dürfen. Das heißt, wenn wir uns die Rohstoffe ausgeben, haben wir dezent verkackt. So, wir brauchen jetzt langsam aber wirklich mal Holz. Den hier können wir noch bauen, weil der ist, da gibt es Rohstoffe. Ähm, einmal einen Bohren schützen hier lang. Das können wir gleich wieder abreißen. Hat ja vorhin mein Befehl, Bauarbeiter einzustellen, einfach gecancelt. Guckt mal, so viel Nahrung, die wir in der veganen Challenge nicht benutzen dürfen. Ich bin echt mal gespannt, wie die Challenge ankommen wird. Die Challenge wird sich jetzt sehr gut ankommen. Und meinst du... Wie mainst du? Wie? 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 So, ich würde gerne die Woodline hier langziehen, wenn das geht. Und dafür müssen wir unbedingt hier über den Stein verbrauchen können. Eventuell wird es einige dumme Kommentare geben. Ich nehme mit dieser Challenge keine Haltung ein zum Thema Veganismus oder nicht. Also wer da irgendwie Stress machen will, hat selber ein Problem. Aber auf der anderen Seite, es haben sich auch schon Leute aufgeregt, als ich damals in meinem Siedler 2022 Video mal SiedlerInnen gesagt habe. Genau, Endyman. Also, die Leute müssen sich mal mehr ein Beispiel an den Chinchellas nehmen. Die stressen sich nicht so. Vor allem nicht wegen nichts. Wenn die Tiere das tun würden, dann würden sie auch gar nicht so lange leben. Boah, so viele Schaufeln. So viel Holzproduktion kannst du hier rein platztechnisch schon gar nicht bauen. Und sind vegan. Und sind vegan. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Wie? Es ist vegan. nicht Gold hier auf der Karte. Also auch hier würde ich eigentlich lieber mit L2 arbeiten. Seht ihr die dummen Veganer? Wenn man sich so fühlt, kann man nur verlieren. Ich habe schon vor, auch die Vegan-Challenge zu gewinnen. Wenn danach noch eine reine Karnivoren-Challenge folgen sollte, wird das ja noch schwerer. Abgesehen davon, dass Fleisch schwerer zu produzieren ist, mögen das ja nur die Eisenminen. Und das ist der Rohstoff, den man am wenigsten braucht von den Bodenschätzen. Dann darf man sein Gold und seine Kohle schön mit suboptimaler Nahrung fördern. Du wirst aber sicher öfters verlieren und es schwerer haben. Ich sag mal so, Dinge, die es wert sind, getan zu werden, sind ja nicht unbedingt einfach. Was ist mit dem Fisch? Fisch ist nicht wege Ahn. Man könnte es theoretisch zählen als... Jetzt kommt natürlich wieder die Frage auf, es ist Fischfleisch. Ich finde diese Unterscheidung, da das nicht als Fleisch sehen zu wollen, irgendwie so seltsam. Es ist ja trotzdem lebendes Tier. Und woraus besteht es dann, wenn es kein Fleisch ist? Lass mal bei der, äh, äh, der... Bei der, äh, der... Bei der, äh, der... Bei der, äh, der... Carnivon-Challenge dann aber auch bedenken müsste, erlauben wir Mana. Ich sollte sagen, es ist kein rotes Fleisch. Wieso spielt jetzt die Farbe eine Rolle? Menschen sind schon teilweise sehr seltsam. Haben wir nicht letztens sogar noch über das Thema Maultaschen gesprochen? Ein Fisch anders schmeckt, anders anders unterscheiden. Ja, das ist... Ich meine irgendwie... Im Biblischen macht es ja sogar noch irgendwie Sinn, das zu unterscheiden, weil viele Menschen waren Fischer. Fisch war relativ günstig und war gleich zu Fleisch, was sich halt nur sehr wenige Menschen regelmäßig leisten konnten. Und dann macht es halt schon Sinn, das auch zu unterscheiden. Aber jetzt mal ehrlich, haben wir über... Haben wir über... Haben wir über Maultaschen gesprochen? Oder war das... War das im Stream? Oder habe ich das irgendwann mal anderweitig angesprochen? Aber der Anfang hier ist so kacke. Der pflanzt hier aber keine... Ne, der pflanzt keine Palmen, ne? Oder wie war das? Auch... Strand ist komplett baumfreie Zone. Und so, wie war es? Das war das gar nicht. Oh, was heißt das sind. Und so, das war Interministerium. Dab ok sie haben schon soldaten bekommen aber ich glaube das war wegen dem Skript Fleisch wird in zwei Kategorien ausgeteilt weißes Fleisch und rotes Fleisch ok komm schon ihr müsst dieser Stein muss weg so einmal das Lager bitte damit die Waffenschmiede weiterbauen kann äh weiter arbeiten kann das Verhältnis von weiß zu rot sollte eher weißseitig sein so komm mach den weg und sagen wir bitte dass danach auch ein Holzfäller dahin passt jawohl so jetzt darf der auch arbeiten so das Wohnhaus ist fertig also die Mission könnte ein bisschen fies werden mit bei der veganen Challenge hier ist auch noch schönes Wüstengebiet was man erstmal wegzaubern müsste aber nicht dürfte dann wieder ein Hunter ich seh dich jetzt äh seh jetzt auch äh äh zweite Nachricht Dankeschön so warte wir packen das Wasserwerk dahin das ist besser und packen dann da die Bäckerei hin und hier die Mühle Jockey Dough danke fürs Prime Abo jetzt sogar schon im zweiten Monat in Folge so wir machen schon mal ein paar Soldaten aber noch nicht Autoproduktion in der Hoffnung dass das die KI erstmal noch äh davon abhält uns zu besuchen damit haben wir unsere Soldatenzahl immerhin schon mal verdoppelt wenn man eine kleine Schwester Siegler 4 im Koop spielt ja Koop gegen KI ist halt leider so technisch so ein Ding aber Defeat the Waves ist ja jetzt ne Sache da bin ich aber tatsächlich nicht so drin das ist ja jetzt schon wie schon ein Ding du musst dann und du musst du musst du musst Da oben ist immer noch eine Goldschmelze. Eine Goldmine. Tower Defense Spiel. Ne, Defeat the Waves ist Koop gegen mehrere KIs. Das ist auch sehr voll geskriptet. Da gibt es auch kein Desync, weil die KI an sich deaktiviert ist und hat alles per Skript geregelt ist. Super, die Bäckerei ist fertig, bevor die Getreidefarm und die Mühle fertig ist. So, könnt ihr bitte mal das priorisieren und das priorisieren. Am wenigstens haben wir jetzt mal zwei Sägewerke, die durchlaufen. Sehr gute Infrastruktur. Ja, das ist... Ich finde hier der Start ist einfach nicht sehr günstig. Du hast hier irgendwie gefühlt fast nur Strand, wo du nichts draufsetzen darfst. Hier oben ist das Steinfeld. Und hier drüben das Gebiet. Also gerade um den Fluss rum willst du ja auch deine Holzproduktion nicht aufbauen. So, nächstes Haus. Würdest du bei einer 4-Völker-gegnis-Nunkel-Volkarte mitspielen wollen? Ja, grundsätzlich... Das ist halt immer die Frage, ob das so eine Zeitsache ist, ne? So, jetzt kann der Tor weg. Dann kann nämlich hier gleich noch ein Holzfäller hin, oder? Ne, ein Sägewerk ist ruhig besser. Das hier? Das war immer schon Kampfmusik, oder? Aber die... Bei den Wikingern ist... Die Wikingern sind speziell, weil die Kampfmusik Teil der Siedelmusik war. Also, das wird sehr Playlist gehört, so. Und dafür begonnen irgendwie die Seetracks nicht, äh... Irgendwie nicht richtig integriert. Da war mal irgendwas. Bei den Wikingern hat man sich irgendwie schon irgendwie gedacht, wir machen mal die Kampfmusik Teil der regulären Playlist. Also, das ist so viel ich weiß, kein History Edition-Ding. Das hier müsste jetzt Seemusik sein. Wie man sieht, die jetzt wurde früher nie gespielt. Ja. Diesen Track habe ich in der History Edition zum ersten Mal gehört. Ich bin mir, ich sage, selber gar nicht sicher, ob der... Also, ich meine, der lag ja auf jeden Fall dabei, aber es kann echt sein, dass der fehlte. Äh, dass der nicht in der Musik-Playlist drin war. Ich bin mir, 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 So kommt, wir machen mal eine Imkerei und hier planen wir auch schon mal Platz für eine Ein. So, hier können wir mit einem Turm arbeiten. Man kann nämlich hier weiter arbeiten. Hier machen wir dann links hin. Wo lauft ihr hin? Ich schicke euch da runter und ihr lauft erst mal gefühlt nach oben. Jetzt die Musikreinfolge in dieser Mission für das jeweilige Folge ist gleich. Von den Missionen hängt das auch nicht ab. So, wir brauchen jetzt langsam eine Werkzeugschmiede. So, wir müssten aber jetzt langsam mal wehrhaft sein. So, wir brauchen jetzt café Schmiede. Ganz so gute Koop-Max, wo man sieht, da zu zweit und zurückspielt. Wie gesagt, Defeat the Waves. Ich weiß nicht, ob... War Defeat the King eine Koop-Map? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt noch von Fortour noch Fuel the Waves. Das ist aber, glaube ich, halt so indirektes Gegeneinander-Spielen. Weil ich glaube, beide Spieler spielen separat, werden von der KI angegriffen und man kann indirekt die KI halt vom Gegner halt stärken. Dass der halt sich stärkeren Wellen halt stellen muss. Irgendwie so war das. Ist das mit DV? So viel ich weiß nicht, aber ich glaube mit Seeschlachten dafür. Ich glaube, da hat Fortour echt mal Wert draufgelegt, dass das drin ist. So, wir bauen mal noch ein drittes Sägewerk. Ganz ehrlich, ich finde es schade inzwischen, dass der Honig, dass der so schnell geht. Also bei der Amazon hat das ja richtig lange gedauert. So, ich kann auch sehr sehr gut schauen. So, ich finde, ich finde, das so sehr viel attachment ist. So, ich bin natürlich an der ersten Sind. So, ich bin mir vielleicht mal ein drittes Sägewerk. Das war jetzt nicht. Jetzt glaube ich, es geht mir nicht. Ich finde es in der nächsten acceptableen Sägewerk. Ich bin ja wohl schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich meine, klar, man würde nochmal anders rangehen. Aber das ist so eine Mission, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob das vegan so realistisch ist. Bis zum nächsten Mal. So, holt euch mal Waffen. Es gibt einfach gerade keinen Platz, wo wir in der Lage wären, einen Tempel zu bauen. Wir bauen mal noch eine zweite Getreidefarm. Dann können wir auch einen zweiten Bäcker setzen. Und ein Lager für Werkzeuge. Das ist ein Golden Äpfel. Was ist das? Das ist ein Minecraft. Seht ihr, die Nutzloser-Produktion wurde ingame eingestampft? Das ist nur jetzt fürs Longplay und für die Vegan-Challenge, weil es da stören würde. Also ich glaube, diese Mission hier, vegan, wird schwierig genug, ohne dass ich auch noch nutzlose Minen bauen muss. Ja, wenn ich mir diese Mission hier so angucke, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Not gonna lie. Dein Honig wäre aber eher auch nicht vegan. Das ist korrekt. Deshalb dürfen, wenn die Wikinger in dieser Challenge dann auch keine Magie einsetzen dürfen, außer halt, sie starten mal mit Mana von der Mission aus. Was aber, glaube ich, im Hauptspiel nicht passiert. Verstärkung wird auch immer größer. Ja, aber das habe ich tatsächlich für Settlers United gedeckelt. Einfach auch aus technischen Gründen, weil das sonst... Wenn ja so eine Riesenarmee auf der kleinen Langzunge spawnt, dann kann das das Parfinding überlasten. Und das Parfinding zu überlasten ist einer der sichersten Methoden, um einen Absturz hervorzurufen. Dann kannst du ganz viele große Tempel bauen. Das geht tatsächlich auch noch. Das wird auch noch lustig, falls wir diese Challenge auf Siedler 3 ausdehnen. Weil dann die Amazon... Weil da brauchst du ja Mana auch, um deine Soldaten aufzuwerten. Und die Amazonen werden ihre Soldaten dann nicht aufwerten dürfen, außer halt über große Tempel. Was du realistisch gesehen halt nur höchstens für zwei Soldatentypen auf Level 2 machen kannst. Danach wird es unrealistisch. Vor allem, weil es ja auch keine Steinminen und so gibt. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Amazonen alle 20 Hitpoints weniger haben. Und gerade auf Level 1 ist das einfach mal 20% der Gesundheit, die dann fehlt. So, lagert mal das ganze Met ein. Hier wird hoffentlich gleich auch mal ein bisschen frei, wenn die ganzen Werkzeuge da drin liegen. Oh, endlich! Oh, endlich! So, sammelt mal noch ein bisschen Gold. Können jetzt auch langsam mal die dauerhafte Produktion aktivieren. Ich würde mal sagen, so langsam können wir auch mal gucken, dass wir die Verstärkung für die KI unterbinden. So, ich würde mal sagen, so langsam können wir auch mal gucken, dass wir die Verstärkung für die KI unterbinden sind. Probestoffe sind auch nicht so viel. Das stimmt und das macht mir halt gerade auf dieser Karte Sorgen, weil wir halt auch nicht auf Mana zurückgreifen können, wenn uns mal wirklich alles andere ausgeht. Ist das einfach wirklich noch eins aus dem Hauptspiel? Ja, ist es. Da haben wir 69% Kampfkraft. Der Stream heißt ja auch nicht umsonst Drei-Völker-Long-Play. Was dann irgendwann gefolgt werden soll vor dem Dunklen Volk-Long-Play mit den 12 Missionen. Das stimmt. Der Stream heißt ja auch nicht umsonst Drei. Das stimmt. Das stimmt. Ja. So, unser erstes Opfer. Der Tempel ist auch gleich fertig. Da können wir mal ein bisschen... Ja, Eisen ist ein Problem. Ähm, ja, kein Wunder, weil wir keine Dings haben, weil wir die Eisenminen nicht beliefern. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Jetzt wird es als eine Wurst auf YouTube. Ja. Das kommt alles auf den Wortkanal. Dient halt dazu, dass ich mal wieder ordentliches Vorteil von den alten Missionen habe, weil das alte Bildmaterial, was ich habe, ist 16 zu 10 ohne HD-Patch. Das ist einfach alles nicht mehr repräsentativ. So, es gibt ja da drüben noch... Echt, die haben zwei Geologen verloren. Krass. Es gibt ja da drüben noch einen Berg, den man noch anzapfen könnte. Aber ich glaube, da gibt es auch nur Kohle. Das alleine bringt uns ja auch nicht weiter. Was trinkst du, wenn du streamst? Ich bin ganz basic. Ich trinke Wasser. Oder Bier. Nein. Tatsächlich nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Nein. Selbst du aufwendest keinen Syntax-Fehler. Hm. Es lädt gar nicht? Es lädt gar nicht. Ja, dann ist... Dann ist aber irgendein Fehler drin, der nicht von Lua ist, sondern, äh, dass er irgendeine Spielfunktion nicht, äh, die er nicht kennt. Wahrscheinlich. So, sollen wir mal die Wüste hier ein bisschen begrünen? Ja, dann ist er. Ja, wenn du raus bist. Dann sind wir halt. Ja, dann sind wir halt. Ja, dann sind wir halt für ein Beatles. Ja, dann sind wir anfühlt. Ja, bis dann sind wir ahlo. Boah, ich habe mich noch einmal als Kind geschafft, den Anfang zu überleben, aber ich habe es nicht geschafft, die Mission zu Ende zu führen, weil irgendwann die Ressourcen in mir ausgegangen sind. Und ich glaube, die KI hatte halt einfach durch die ganzen Verstärkungen, die immer durchgekommen sind, die ich nicht aufgehalten habe, halt irgendwie tausend Soldaten. Ich glaube, ich hatte hier eine ganze Reihe an großen Türmen, die aber halt nicht in Reichweite von den Gegnern waren. Da habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Maya 1 ist sowieso eine komische Mission, das stimmt. Ja, wir haben auch vorhin gesagt, also das beengt Römer Mission 1 so harmlos an und dann ist Römer Mission 2 direkt halt so, ja hier, jetzt musst du aber arbeiten. So im Vergleich. Da habe ich sehr lange als Kind mit gestruggelt. Dafür im Vergleich irgendwie gefühlt mit Römer Mission 3 gar nicht so. Aber bei den, bei den, äh, bei Siedler 3 sind es ja auch so, dass die Ägypter ja tatsächlich auch, äh, vom Spiel alter sind. als das Volk für die fortgeschrittenen Spieler betrachtet werden. So, das hier läuft. Warum arbeiten unsere Steinmetze gefühlt nicht mehr? Das muss man sein. Ich habe den Kasten der Flot von Niche und das in der Kasten. Ich habe den ganzen Tod, noch meinen, auch ein Besuch. Ich kann den Kasten dieser descendant werden. Ich habe den Kasten von Niche oft und die Nach. Dass man die strive-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff-uff. Die Streikende Revolte ankurbeln. Chat radikalisiert sich gerade. Der Berg ist größer, als ich ihn im Kopf habe. Ich glaube, Stein war hier auch noch drin. Was aber auch nur was bringt, wenn man das Zeug in Eisen umwandelt. Jetzt hündet die Schäfe frackeln an. Oh, Creative. Ich weiß nicht, ob ich da nicht Ärger kriege. Ich habe immerhin mal ein... Nee, war es ein Community? Ich glaube, es war nur eine Verwarnung. Aber ich hätte, glaube ich, Monetarisierung dadurch verlieren können, wenn ich sie zu der Zeit genutzt hätte. Ähm, ich habe mal für eines meiner alten Warframe-Videos dann... Irgendwer hat das wohl dann irgendwann mal gemeldet. Irgendwie wegen Werbung oder Verherrlichung von radikalen Gruppen oder so. Weil ich halt... Ich hatte ein Unexpected-Dschihad-Meme am Ende. Weil ich halt die Warframe-Videos immer mit so ein paar passenden Memes beendet habe. Wurde... Also der Appeal wurde auch nicht... Genau, der Appeal wurde dann erstmal abgelehnt. Und ich glaube, irgendwann, viel später, wurde es dann aber doch als okay betrachtet. Das war eine ganz komische Geschichte. Oh, komm, wir können ja hier mal ein bisschen mit... Noch haben wir ja keine Vegan-Challenge. Noch können wir ja mit Wildreichtum arbeiten. Wenn wir gerne wissen, was für ein Meme du hattest... Äh, ja, welches Video war denn das? Bei welchem Video hatte ich ein Unexpected-Dschihad-Meme am Ende? Ich kann es jetzt leider nicht nachgucken. Es war auf jeden Fall eins, äh, Videos, wo ich einen Warframe erklärt habe. Ich glaube, es war... War es... Es könnte es Rhino gewesen sein? Weil Rhino... Diese Schockwelle irgendwie bekommen hatte, wenn er von einer gewissen Höhe runterfällt. Nichts, dass ich das dann so als, äh, als, äh, Bomben-Einsteigen irgendwie stiniziert habe. Es gibt... Leider gibt es einige solche Videos auf YouTube, die sind jetzt keine große Probleme von YouTube. Von YouTube nicht? Aber du kannst, äh, durchaus davon ausgehen, dass die entmonetarisiert sind. Weil da niemand drauf Werbung schalten will. Ah, okay, Eisen gibt es hier auch. Dann sollte dieser Berg durchaus Priorität haben. Ja, also da ist YouTube auch, äh, sehr... Da hat... Da legt YouTube auch wirklich eine gewisse Doppelmoral an den Tag, weil... Auf der einen Seite hatten sie ja teilweise sehr strenge Regeln. Das haben sie ja jetzt ein bisschen gelockert mit, äh, vor allem irgendwie, ja, was Schimpfwörter angeht. Ich meine, ja, das ist vielleicht nicht so cool, wenn du in den ersten 10 Sekunden oder in den ersten 7 Sekunden schon das F-Wort sagst. Inzwischen haben sie das ja schon... Also wenn du es halt nicht direkt in den ersten paar Sekunden bringst, dann darfst du es ja auch zumindest, wenn du es nicht übertreibst. Aber auf der anderen Seite, äh, Seite, wenn man sieht, was alles Werbung schalten darf auf YouTube... Also dann würde man sich ja schon wünschen, dass es wenigstens in beide Richtungen geht. Weil manches, für was Werbung gemacht wird, ist halt... Ja, fragwürdig. So, ich glaube, wir können bald mal anfangen mit die Objekten. Komm, wir bauen extra mal ein paar Jäger mehr hier hin. Welche Firma wird denn nicht, äh, Werbung für ein sozialistisches Video schalten? Hm. Nee, das ist halt echt nicht okay. Offensichtlich, ja, es geht... Komm in die Gruppe. Ja, das ist, das ist halt wirklich... Ja. Aber auch anderer Content. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, was auf YouTube Shorts im Moment abgeht. Und da wiederholt sich halt eins zu eins alles, was auf YouTube Kids schon schief ging. Was da hochgeladen wurde. Also falls euch Elsa-Gate was sagt. Das wiederholt sich da so ein bisschen. Abgesehen davon, dass halt der Content, der wirklich erfolgreich ist, meistens halt auch gestohlener Content ist. Nicht das schon wieder. Doch, ja, das schon wieder. Okay, ich sehe... Blau ist gut am Produzieren. Ich habe jetzt länger keine, keine Truppen mehr gesehen. Halten die die schön auf? Weil dieser Sprung würde suggerieren, dass hier... Dass das nur von den, äh, von den Verstärkungstruppen hier war. Ich wäre ja versucht, hier einen Showroom hinzusetzen, dass man, äh, dass man die, die... Komm, machen wir, dass die, äh, Dinger, die Patrouillen abgefahren werden können. Also, Elsa-Gate. Ja, das waren diese komischen... Äh, das waren diese komischen... Animierten Videos. Die halt vor allem halt auf YouTube Kids irgendwie... Aber... Ich weiß nicht, was der der Sinn war. Aber da gab es irgendwie so ganz komische Videos. Also das bekannteste ist glaube ich eins, wo Elsa sich die Zähne putzt, ihr dann anfangen die Zähne auszufallen, dann dreht sie sich um, dann steht Spider-Man plötzlich hinterher und sie erwirkt Spider-Man mit ihrer Zunge. Das ist glaube ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute, dass ich diese Worte dieser Kombination heute sagen würde, aber hier sind wir. Und das war noch das harmloseste. Also da gab es wohl irgendwie auch so einen Pädophilen-Ring, der da irgendwie Videos drüber geteilt hat, die irgendwie in einer bestimmten Weise auch optimiert waren, dass du halt irgendwie die Nubel mit bestimmten Sachen gefunden hast. Das war sehr, sehr krass. Ich glaube Alblali hat mal ein Video dazu gemacht, ist aber auch schon wieder ewig her. Ja, ich sag mal so, wenn das auf normalem YouTube passiert wäre mit diesen komischen Elsa-Videos, dann ist das so, ja. Ach, komm, ne, ist halt so. Aber das Ding ist, so viele Eltern geben ihrem Kind YouTube-Kids in die Hand und denken sich, okay, das wird ja safe sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob man eine Plattform mit zig Baby-Shark-Covern als sicher einstufen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, sowieso denken viele Eltern einfach nicht genug darüber nach, was ihr Kind im Internet tut und sieht und vielleicht nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Aber dann halt sowas, da haben halt einige Leute ganz schön versagt. Elsa geht jetzt auch um Pädophilie, genau. Verschlüsselte Buch... Ja. Also, man sieht, das hat praktisch dann direkt unter den Augen der Öffentlichkeit stattgefunden. Na, was macht ihr? Wollt ihr vielleicht mal langsam angreifen? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Pass auf, wir brauchen mal nicht mehr Soldaten gerade. Wir machen einfach nur 10 L3er von den Bogenschützen. Oh, wir haben sogar schon 100% KK, das ist gut. Ich nehme mal eine Fake-Spaces. Ich freue mich, wenn solche Safe-Spaces haben. Ich freue mich, wenn solche Safe-Spaces auf die Seite ersetzen. Ich freue mich, wenn solche Safe-Spaces auf disbelief sind. Ich freue mich, wenn man keine Fake-Spaces auf Royale bekannst. Der Eing, 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 der Eing-Schreck-Spiel ist, Und ich freue mich, wenn euch das auch noch ein bisschen was ihnen sein. Und ich freue mich, wenn die Eing-Kind-Walk-A-Glänge sind. атыb-Holah-N-Präum-G-Elebe-An-St!? Ich traurig, wenn solche Safe Spaces braucht werden. Ja, danach hat ja irgendwie YouTube so ganz komische Sachen angefangen mit irgendwie Videos, die du nicht, als du nicht für Kinder deklariert hast, wo du dann aber trotzdem keine Werbung draufschalten so öfters und so. Ich meine, gut, das war halt auch dann bedingt, weil irgendwann halt auch die Gesetzgeber drauf aufmerksam wurden, aber dass es halt so weit erst kommen musste, damit man mal irgendwie merkt, ey, da gehen Sachen ab, die sind nicht gut. Ich bin dran, aber auch hier ist das so weit kommen. Das war es so. Ich bin dran, dass alle Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, das sind ein bisschen mehr, das ist ja so. Und das ist ja so. Das ist ja so. Und das ist ja so. Ja, solche Sachen sind einfach ein bisschen der Beweis, dass wir nicht in der idealen Zeitlinie leben. Aber das können wir halt auch nicht auf Haranbay schieben, das ging schon schief bevor wir diesen Appen erschossen haben. Da lobe ich mir die Videos von Sveni, da ist noch alles unproblematisch. Danke. Okay, hier greift anscheinend, dass du tatsächlich Gebäude nicht bauen kannst, wenn du zu viel planieren müsstest dafür. Okay. Ich glaube mit 10 Bogen schützen sollte das eigentlich okay sein. Spinny versteckt einfach die kriminellen Sachen besser. Da hast du mich ertappt. Die Siedler-Videos sind nur ein Front. Ich schreibe mich gerade was für kriminelle Machenschaften man mit Siedler-Videos tarnen könnte. Es gibt bestimmt genug wo es gehen würde aber ich besitze nicht die kriminelle Energie um da ein Gespür für zu haben. Ach Mensch da kommt mal wieder Gegner. So jetzt kann man mal das ausnutzen. Fleischwolf ja ist fast. Wir pushen noch ein bisschen die KK mit dem Gold das wir haben und dann wird es Zeit dass wir mal ein bisschen den Gegner dezimieren. Wir sind auch schon fast eine Stunde dran. Dem Tempo sitze ich noch eine Weile hier. Ich bin ja froh, dass ich früh angefangen habe. Nein, 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 nein. Nein, nein, das ist nicht gut. Danke. Danke Spiel. Die guten L3er. Ein R Douglas. Das ist nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Und triggert das Ein Gegenangriff Hey, wer kommt denn da? Ja! 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 Oh Mensch, was haben wir denn jetzt? Ja! 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 Ich habe da eine höhere Kampfkraft, aber die KI hat eine deutlich niedrigere Kampfkraft auf meinem Gebiet. Ich meine, ich habe ja auch jetzt 12% mehr schon. Und jetzt können wir auch mit L3 anarbeiten, glaube ich. So, also ich glaube, blau ist jetzt gut definiert. Dezimiert. Dezimiert. Da. Ich würde behaupten, das war ein effizienter Trade. Letziges Mana, gleich in Geschenke investieren und dann sollten wir eigentlich rüber rennen können. Auf neutralem Gegnerschgebiet benutzt man die Offensive. Ja, aber weil die KI dann halt, wir haben nicht so viel neutrales Gebiet hier. Und die KI verliert, glaube ich, auf meinem Gebiet mehr Kampfkraft, als ich gewinnen würde, wenn ich jetzt gezielt auf ihr Gebiet gehen würde. Ja. 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 So, alle verletzten einmal zurück. So, hier auf dem Gibi sollte eigentlich perfekt sein. So, hier auf dem Gibi. Jetzt bin ich in ganz anderen Augen, ganz anderen Augen, wow. So, hier ist es eigentlich jemals mehr als eine Kaserne zu bauen. Ja, durchaus. Vor allem bei den Wikingern ist irgendwie die Kaserne ziemlich langsam. Aber spätestens halt, wenn du Level 2 und 3 Soldaten produzierst, dann kommt das Gold gar nicht so schnell nach, wie alles andere. Dann ist es besser, wenn du eine Kaserne hast, die parallel anfordern können. So, hier ist es ein Kaserne. Ich will die kriminellen Aktivitäten von Spinny schützen. Außerdem kann ich Spinny bestechen, wenn ich ihn nicht verrate. Das Wort, was du suchst, ist eigentlich eher Erpressung in dem Fall. Das Wort, was du suchst, ist eigentlich eher Erpressung in dem Fall. Das Wort, was du suchst, ist eigentlich eher Erpressung in dem Fall. Also, vegan könnte das tatsächlich glatt ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube, jetzt traden wir so gut, dass das gehen sollte. Was, wieso macht ihr noch Level 1er? Aufhören. 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 Mensch, jetzt wird es aber wild hier. Wir bauen mal noch eine Kühlerei. Mal gucken, ob 126% Kampfkraft ausreicht, dass der gewinnt, obwohl er angeschlagen ist. Nein, leider nicht. Ich wollte schon sagen, ich habe erst gelesen, kann ich mir gut vorstellen. Ich dachte, ich habe eine KI-Stimme. So, da drüben dürfte irgendwo die Kaserne sein. So, das dürfte ich eigentlich schon fast alleine machen können. So, da drüben dürfte ich. So, tschüss, Kaserne. So, da ist Verstärkung angekommen, aber das ist nicht schlimm. Und tschüss, Schwerindustrie. So, da ist es. So, da drüben. So, da drüben. So, da drüben ist es. So ein S2-Ding, wo über die ganzen Skelette rumlagen. Ja, das war tatsächlich auch ein bisschen makaber. Ich glaube, TV Chops listet es, glaube ich, auch als Beispiel für Videospiel Grausamkeitspotenzial. So, ihr Maschinen einfach mal durch. So, das müsste es eigentlich schon fast gewesen sein. Boom! Hat jetzt auch nur über eine Stunde gedauert. Ich hoffe, dass der Rest ein bisschen schneller geht. Zeit der Wölfin. Dürfen den Wert einer Köhlerei nicht unterschätzt. Ey, wie die Tipps hier aber auch gezielt darauf abzielen, dass du schlecht spielen sollst. Also wirklich. Schön, dass er die Hälfte meiner Nachricht geschluckt hat. Siedlerwanderung wieder ins eigene Gebiet zu kommen. Ja, da war was. Twitch ist manchmal weird. So, Dierding-Bereich müssen wir schützen. Tatsächlich haben wir hier aber schon deutlich größtiger ihre Startvorgaben. Können wir hier eine Burg setzen? Sieht nicht so aus. Lassen wir uns vielleicht noch neue Crenen empfehlen. Ah, okay. Ich dachte erst, was ist das für ein Mode? So, wir haben noch eine zusätzliche Säge. Wir haben einfach... Das ist so wenig im Vergleich zur letzten Mission. So, wir hatten... Doch, wir haben tatsächlich sogar ein bisschen Eisen und Kohle. Wir starten sogar mit Schweinen. Und wir dürfen sie in der veganen Stelle später nicht schlachten. Eine Säge hat sich... Wir haben eine Säge über. Und wir haben schon ein Säge weg, mit dem wir starten. Also, es sind schon zwei. Also, so fies waren sie nicht. Aber wir hatten vorhin eine zum Start und vier in der Ruine gefunden. Also, richtig übertrieben. Musst du jetzt Erbung für Creme machen, damit ich denke, dass das dein wahres Geheimnis ist. Ich weiß noch nicht mal, um welche Creme es geht. Die Creme... Oh je. Ich glaube, das könnte ein Meme werden. Gegen und für alles. Noch eine Säge... Hä? Wir haben doch keine Säge über. Betrug. Wir kriegen doch nur eine Säge zum Start. Spiel. Das kannst du doch nicht machen. Ach nee, ich habe jetzt eine dritte Säge gewählt. Ich bin auch schlau. Aber gut, das ist... Ja, jetzt nicht unbedingt etwas Schlimmes. Wir können einfach den Zipfel hier oben komplett ausnutzen. Keine Angeln, Sense. Ja, doch eine... Wir haben hier schon eine Getreidefarm zum Start. Für die hatten wir auch eine Sense. So, das heißt, der kommt weg. So, den einen Tor machen wir mal kurz auf Pause. Nutzt deinen Trick wieder. Ähm, welchen? Wir brauchen auf jeden Fall wieder, ähm, wieder... ...wieder, äh, Siedler. Äh, wir brauchen Pios. Wir brauchen alles. Alles und von allem ganz viel. Komm, mach mal kurz die Bäume da weg. Von links nach unten rechts kämpfen wir so schon effektiv. Boah, irgendwann habe ich... Ja, stimmt, das habe ich auch irgendwann mal gesagt, dass, äh, irgendwie der Platz dann anders geblockt wird. Aber das dürfte ja eigentlich... Ich weiß ja inzwischen, wie das mit den Postlines funktioniert. Das dürfte ja eigentlich nicht so sein. Außer es gibt irgendwie eine ganz komische Eigenheit in der Art und Weise, wie das Spiel das macht. Wo ist ein Türm, da die KI, wenn man in den Form reinlaufen muss? Einfach mehr schade, bis hier an der Tür ist. Nö, das hat jetzt hier nichts zu tun. Wir dürfen keinen Aussichtsturm da bauen. Das ist halt echt schade. Erzmin ist so nah am Feind. Ach, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, die Mission habe ich vielleicht zwei- oder dreimal gespielt. So insgesamt in meinem Leben. So ganz ehrlich, die Eisenschmiede, die Werkzugschmiede kann die ruhig hier sein. Gold gab es nur da unten. Ich glaube, hier drüben in dem Berg gab es den auch noch. Leute, ich habe es nicht nötig, jemanden zu bestechen. Aber ich habe es nicht nur noch an der Stelle. Aber ich bin nur da- Wieso darf ich da kein... Man, das ist jetzt uncool, dass ich hier kein... kein Holzfäller bauen darf, weil das zu steil ist. So, gehen wir mal da runter. Mensch, so viele Schweinchen. Eigentlich müsste ich denen in der Vegan-Challenge ein Gehege bauen. Schon Getreide einlagern, ja... So schnell werden wir das Zeug gar nicht wegkriegen. Aber ja, wäre wahrscheinlich gut. Und ich muss das Gehege auf die Wild-Challenge aufnehmen. Ich muss eben nicht stehen, sondern noch einmal aus dem Gehege. Doch, sie sind aus dem Gehege. Ich denke dabei, dass es noch nicht so weitermachen ist. Und ich kann sie jetzt um den Gehege. Es heißt, dass... Jetzt auch das Holzlager auch funktionieren können. Ja, aber dann kann ich es ja später. Ah, ja, komm. Machen wir es so. Hier kann auch noch mal ein Wanderholzfäller hin. Schwefel, super. Auf einer Wikingerkarte mit einem Römer als Gegner. Ja. 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 So, Gold schmelzt sie erstmal noch aus. Das Lager werden wir wahrscheinlich zeitnah benötigen. Super, den Stein da wechselt. Das hier wäre wiederum so eine schöne Blumenwiese für Nana. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Hydrieren, jawohl. Es fehlt eine Axt. Der hier arbeitet auch die ganze Zeit schon nicht. Die Krähen nur noch zu drücken. Dich ist nicht mehr. Wie geht es? Dich ist nicht mehr. Welche Kappen? Ich bin nicht mehr. Denkst nicht mehr. Dich ist nicht mehr. Ich bin nicht mehr. So, wir haben mal angefangen, die ersten Soldaten zu produzieren. So, wir haben gerade sehr viele Leute die Wahrheit erfahren. Oh, dann musst du jetzt aber auch die Creme wirklich zu einem Meme machen. Das erwarte ich jetzt. Ich habe übrigens gestern Abend oder heute Morgen noch überlegt. Sind die Chinchilla-Memes beliebt? Wollen wir mehr Chinchilla-Memes? Weil ich glaube, ich habe jetzt auch ein paar Follower-Emote-Slots frei. Und ich finde, eigentlich gibt es zu wenig Chinchillas auf Twitch. Ich habe heute tatsächlich wieder mitbekommen, es gibt tatsächlich ein neues Warframe-Update. Was wohl auch speziell dafür gemacht ist, dass jeder es spielen kann. Aber darauf lasse ich mich besser nicht nochmal ein. Sonst habe ich gar keine Zeit mehr. Ich glaube, dieses spezielle Update haben die schon gefühlt... Vor was weiß ich wie vielen Jahren, als ich aufgehört habe, schon geteasert. Was sind denn Chinchillas? Ja, Wollmäuse. Aus den Anden. Vielleicht hat man die Warnung, wofür ich die benutzen sollte. Jetzt sag nicht, du weißt nicht, was du mit Notfall-Chinchillas anfangen sollst. Komm, ich glaube, wir brauchen mehr Bauarbeiter und Planierer. Sie haben meine Chiologen abgemurkst. Die Schweine! Also, nicht die Schweine. Die sind süß. Nur Falschinschillas, sind sie zum Essen? Ähm, nein. Das ist mehr Fell als alles andere. Ich könnte beim besten Willen nicht sagen, wie viel von den Chinchillas tatsächlich Maus ist und wie viel tatsächlich einfach nur Fell. Du findest nichts mehr, aber du kannst gleich hier weitermachen. Du machst da weiter. Weißen die. Nicht, nee, normalerweise nicht. Wenn sie die Hand noch nicht kennen, dann kann es sein, dass die mal ein bisschen, äh, dass die halt, was heißt, knabbern. Du spürst den Zahn, aber sie beißen nicht richtig zu. Es ist halt mehr so, so prüfen kann man das Essen. Aber ansonsten, außer bei mir. Nö, die beißen. Ach, ich bin noch nicht gebissen worden von den Chinchillas. Selbst von Ivy nicht. Und der kann mich, äh, der macht immer ein Riesentheater, wenn er gewogen werden soll. Von allen Shins ist der da tatsächlich am schwierigsten. Wenn er sich dann verkrochen hat und ich zu lange brauche, um ihn da rauszuholen, dann faucht er einen auch richtig böse an. Aber sobald ich ihn dann habe, ist er ganz klein mit Hut. Also, er faucht mich zwar an, so nach dem Motto, fass mich an und du hast einen Finger weniger, aber das ist eine leere Drohung in seinem Fall. Chili, ich bin ja noch ein illegaler Chinchina-Shop. Illegale Zucht, nein. Nein, für Chip und Chap hatten, äh, hatten wir sogar noch die, äh, die Stammbäume. Und die Chinchins, äh, die aller anderen Chinchins haben wir halt aus, äh, sind praktisch, was heißt Pflege-Chins? Pflege-Chins sind nicht, die sind dauerhaft bei uns, aber sind halt aus verschiedensten Gründen abgegeben worden. Pflege-Chins sind auf jeden Fall gute Haustiere für Menschen, die berufstätig sind. Einer tun mit Gasse, kauft einen Ton-Potion-Tüten. So, jetzt möchte ich noch dazu sagen, die Chinchins waren, äh, ja, auch nicht ursprünglich meine, sondern von Tigerstar. Und ich habe sie dann praktisch mit adoptiert. So, hier ein Jäger. Hier und hier. Jetzt müssen wir auch langsam das nicht mehr einlagern. Jetzt müssen wir auch langsam das nicht mehr einlagern. Ich weise darauf hin, dass ich da schauspielern musste, tatsächlich. Schließlich war ich es, der dieses Gimmick geschrieben hat. Ich brauche noch eine Sense, der fällt mir gerade ein. Du wirst ziemlich schlecht in Schauspielern, by the way. Danke, es hat einen Grund, wieso ich auf YouTube bin und nicht auf dem roten Teppich bin in Hollywood. Warum kann dieses Jahr eigentlich kein April-Scherz... Was soll ich denn noch alles machen? Dieses Jahr hatte ich nicht wirklich eine Idee für einen April-Scherz. Hey, selbst das, selbst das Himalaya-Video war entweder als April-Scherz oder Halloween gedacht. Weil ich es, glaube ich, für den ersten Termin nicht fertig hatte. Weil ich keinen Bock hatte, mich an das Skript zu setzen. Wieso keine Cam? Weil es nichts ergänzen würde. Und es wäre technisch betrachtet noch eine separate Aufnahme, die ich durchziehen müsste. Beziehungsweise... Wenn ich sie sehen würde, dann wäre sie auch Teil der normalen Aufnahme. Dann könnte ich sie nicht mehr von... Nicht mehr trennen. Da ich ja das Gameplay für alle möglichen Zwecke brauche, könnte ich es dafür nicht verwenden. Auch einen Bogen. So, komm, wir bauen mal hier einen Tempel. Mein Gesicht würde nichts ergänzen, der andere ist anders gesagt. Ich bin hässlich. Wow. Jetzt holen wir aber die schweren Geschütze. Ich hätte vielleicht mal Pysch für Eisenminen einstellen sollen. Okay, das Gebiet hier ist gar nicht einsetzbar für die Zucht von... Na doch, schon. Man könnte hier... Man muss halt die Hälfte der Blumen schon wieder opfern für... Für die... Für die Mkerei. Ich weiß, der Name sagt mir was, aber ich habe seinen Content nie geguckt. Ich habe tatsächlich seinen Namen gestern noch gehört, weil es... Weil jemand auf Reddit gefragt hatte, was man an kinderfreundlichen Minecraft-Youtubern empfehlen kann. Gameplay wird benötigt für YouTube-Content, Vorstellungsgespräche, Einschlafhilfe, eigene... Adult-Film-Industrie, therapeutische Zeichen, Beweis mit der Führung... Ja, da siehst du mal, wie vielseitig ich bin. Aber jetzt musst du auch verraten, die Macht ist Basti. Ja, da siehst du mal, wie vielseitig ich bin. Handcampen fühlt sich schmutzig an. Basti hat eine Camp, die seine Hände hinaus zur Tastatur filmt. Das kenne ich aber eigentlich mehr von Speedrunnern. Dass die das machen müssen. Zumindest auf einem bestimmten Niveau. Je nachdem, wie umkämpft das ist. Bei Speedrunns brauchst du das, denke ich mal, nicht. Ich glaube, die Siedler 4 Speedruns sind komplett dominiert von Sascha Gaming. Und ich glaube, selbst der macht das ja in dem Moment nicht mehr aktiv. Ich muss auch sagen, wenn ich Siedler Speedrun würde, würde ich das halt auch mit Zettlers Unedded und Ubo machen. Wird nicht passieren, dass ich die History Edition ohne Mods spiele. Da kriege ich ja Augenkrebs. Tool-Assisted Speedruns. Was? Gut, Siedler, könntest du wahrscheinlich sogar noch Tool-Assisted Speedrunnen. Ich hatte letztens den Gedanken, weil ich so ein altes Breakout-Game wiedergefunden habe, was ich noch aus meiner Kindheit hatte. Da hatten meine Eltern die Demo auf dem PC. Da hatte ich überlegt, ob man das per Tool-Assisted Speedrun spielen könnte. Aber das würde halt voraussetzen, dass, wenn du immer die gleichen Inputs eingehst, auch die Power-Ups, also dass das auf einem Seed basiert, der irgendwie beeinflussbar ist. Also wenn du alles irgendwie, wenn es irgendwie darauf basiert, zum Beispiel welcher Reihenfolge die Bricks zerstört, dann könnte das funktionieren. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Wir brauchen noch ein paar Spitzhacke. Was? 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 We're behind them. Was? Wir brauchen noch ein paar Spitzhacke. C-Wonars. Wir brauchen noch eine Diebe-D była-B-Roll. Wir brauchen noch ein paar Spitzhacke. Wir brauchen noch einige Spitzhacke. Wir brauchen realist Irrsadbury. Das ist alles gut. So. Ach, wir haben immer noch nicht genug Spitzsacken. Stimmt, ich wollte eigentlich auch vorhin fünf in Auftrag geben, nicht nur eine. So, Werkzeuglager und wir brauchen mehr Siedler. Ah gut, das Haus hier ist auch fast fertig. Dann machen wir doch noch ein großes. So, der Turm kann weg. Ach, hier liegt ja sogar noch ein Schwert und eine Rüstung. Wow. Lohnt sich. So, wir machen mal kurz hier auf Pause, dass sich hoffentlich mal der Jäger jetzt bedienen kann. Keine Träger. Ja, das ist okay. Da kommen sie. Ich bin einfach so gut in dem Spiel. Ich habe immer ewig gebraucht, dass ich die Mitzung geschafft habe, weil ich schlecht war. Das ist auch eigentlich mehr das Ding, ich bin nicht schlecht. War da bereits 13 Jahre. Ich habe aber auch lang genug gebraucht. Sag mal so, mein Vater hat mir irgendwann mal erklärt, dass man halt als erstes halt Förster, Sägewerk, Holzfäller und Steinwert setzt. Und das habe ich getan. Und zwar meistens eins von jedem. Und dann habe ich mich gewundert, warum ich meine Siedlung nicht schnell genug aufbauen kann. Und das war natürlich das Spiel schuld. Und da ist mir das Kind. So, wir bauen einfach mal da weiter, wir brauchen eine Axt, aber du kannst dich bewegen. Dann machen wir hier weiter. So, wir bauen einfach mal ein bisschen mehr. So, wir dürften Mäht einlagern, einfach weil der Transportweg so lang ist. So, wir brauchen ein bisschen mehr. So, wir brauchen ein bisschen mehr. So, wir brauchen eigentlich mit Wildreichtum arbeiten. Der Honig ist auch nicht vegan, also das werde ich in der Challenge dann auch nicht dürfen. Konnte man hier nicht irgendwie beim Gegner durch und direkt in die Schwerindustrie? War da nicht was? Komm, wir machen mal noch ein paar Pios. Die Map ist aber auch gar nicht so riesig. Wir kontrollieren jetzt schon 50% von der Map. Wir müssen hier doch mit Dieben nachschauen. True, das könnte man machen. Aber du kannst Diebe halt leider nicht wirklich für ihren eigentlich gedachten Zweck benutzen, weil die KI sie halt direkt bemerkt. Wenn ich nicht wüsste, dass ich auf Normal spiele, würde ich ja sagen, es ist irgendwie nicht richtig. Aber dadurch, dass wir halt so viele Soldaten haben, greift die KI nicht an. So, wir brauchen meine Ich finde das schon krass, dass die KI-Liebe so easy erkennen können wird. Ja, ich finde, da hätte man irgendwie einen Delay einbauen müssen. Selbst wenn es nur 10 Sekunden sind. Ich würde eher sogar doch sagen 30, dass du auch mal richtig ein bisschen in die Siedlung rein kannst, dich umgucken kannst und versuchen kannst, was mitzuleben, was nah an der Grenze ist. Zum Beispiel hier, an der Mine. Okay, ich dachte schon, die produziert nicht. Aber wir haben tatsächlich die Tage echt noch drüber gesprochen. Ob der Dieb in der Funktion überhaupt eine Existenzberechtigung in Siedler hat. Weil im Singleplayer kannst du ihn nicht für seinen Zweck einsetzen. Im Multiplayer ist es halt auch eher die Ausnahme, dass du wirklich klaust. Es geht halt mehr ums Spionieren normalerweise, wenn du mit dem Dieb arbeitest. Und dann ist halt auch die Frage, kannst du vom Spiel halt wirklich erwarten, dass er die Diebe erkennt und richtig darauf reagiert. Da hat ich dann irgendwie den Gedanken, dass es vielleicht, also der nimmt, der tarnt sich ja als Träger vom anderen Spieler. Wenn ich finde, wenn man einen Blick dafür hat, kann man erkennen, dass der Dieb sich nicht korrekt verhält. Also zum Beispiel, dass er ein Werkzeug von der Werkzeugschmiede nimmt und statt den Beruf anzunehmen, trägt das weg. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo du davon ausgehen kannst, dass es ein feindlicher Dieb. Aber dann hatte ich den Gedanken, was wäre, wenn die Diebe keine perfekte Tarnung hätten, sondern irgendwie, keine Ahnung, die tragen dann einen falschen Bart oder sowas. Und wenn du halt ranzoomst, dann kannst du das sehen. Also ich fände, das wäre schon mal ein Schritt, dass wenn der Spieler sich nicht sicher ist, er nachgucken kann und es dann definitiv weiß. Und ansonsten müsste es, finde ich, halt ein paar Sachen geben, wo der Spieler dann halt auch es mit Diebe enttarnen kann. Und vielleicht das Aussichtstürme, das in einem bestimmten Radius können und den Dieb dann vielleicht auch irgendwie pingen mit einer Nachricht und markieren. Viel Spaß mit der Umsetzung. Also ich sage mal so, dass das ein extra Skin ist. Also das halte ich nicht für einen Riesenaufwand. Das sollte, also nicht, also ein Siedler, ein Siedler 4, ja, aber in einem neuen Spiel wäre das nicht der Riesenaufwand. Wir haben, okay, wir haben so viel Zeug. Ich würde zumindest mal ein Set haben, dass wir so auf die 100 KK kommen. Okay, das ist nur eine Patrouille. So, ich glaube, langsam können wir auch mal von L2 an runter. Oder sieh auf eine Gebäudeart. Aber das wäre halt auch so ein Ding, das siehst du dann und dann kannst du aber nicht wirklich machen. Und um Waren im großen Stil zu klaren, dafür sind Diebe halt auch einfach nicht geeignet. Da kamen dann andere Gedanken auf. Also ich z.B. bei den Wikion, ich finde, wenn man die als Plündererfolg etablieren will, müsste man irgendwie die Fähigkeit haben, dass deren Soldaten lernen, dass man das freischalten kann, dass deren Soldaten Items aufheben können. Das würde, finde ich, auch einen aggressiveren Spielstil für die Wikinger fördern. Vor allem, weil sie halt im Aufbau ja eigentlich eher langsam sind. Wir haben mit einem Dieb eine Mine von einem anderen Spieler geblockt. Aber da müsste normalerweise geht der Dieb doch dann aus dem Weg. Wenn die Wikinger Sachen klauen dürfen, dürfen die Römer-Formationen kämpfen. Ja, aber wie würdest du das technisch, also wie würdest du das umsetzen? Wie soll sich das äußern? Für die Römer würde Sinn machen, dass sie Straßen bauen können. Also so, wenn das Pioniere können, dann sollten das römische Soldaten vielleicht auch können. Weil das tatsächlich eine Aufgabe von römischen Soldaten in Friedenszeiten waren. Und ein Grund, warum die Römer halt so erfolgreich waren, war, dass durch die Straßen ihre Truppen sehr schnell große Distanzen überwinden konnten. Weil so die Bogenschützen-Safe so ein Frontliner kommt wird. Hm. 100 Prozent. Okay, der Set-Bonus gilt sogar schon. Majas Menschenopferd. Und sonst kann man so ein Geschenkelzahre auslösen. Also irgendwas Skill-Basiertes könnte ich mir tatsächlich fast vorstellen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Ding ist, das wäre, ja, also ich finde, das müsste freigeschaltet werden. Aber ich finde, Forschung sollte nicht direkt Magie verstärken. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das ein natives Feature ist. Aber was ich zum Beispiel nicht machen würde, also ich meine, ich habe es für das Freedom Force Remaster, da habe ich das ja gemacht, dass Menschenopfer impliziert wurden aus den Entführten, also von den Schamanen entführten Siedlern. Und ich meine, der Tempel sieht nicht ohne Grund so aus, als könnten da Menschenopfer stattfinden. Da haben Menschenopfer stattgefunden. Aber ich finde, das wäre schon ein sehr krasser Gewaltakt, der nicht in Siedler wirklich reinpasst. Abgesehen davon muss man auch dazu sagen, Menschenopfer waren ja jetzt auch nichts Maya-spezifisches. Also die Römer haben, also eigentlich fast alle Kulturen haben, wenn es schlimm genug lief, auch Menschenopfer praktiziert. Die Römer definitiv. Beziehungsweise da haben sich ja teilweise irgendwie Leute selber noch irgendwie angezündet. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Geschichte, ich weiß nicht, inwieweit die stimmt, dass irgendein römischer General, ich glaube, irgendwie Rom wurde belagert. Und ich glaube, dann ist der General praktisch in das, in das Lager von den Belagern reinmarschiert. Allein. Man hat im Prinzip gesagt, hier verpisst euch. Und hat dann irgendwie seine Hand so lange ins Feuer gehalten, bis sie halt komplett vercohlt war. Und danach haben sie sich halt irgendwie, sollte ich die Belagere halt irgendwie gedacht haben, so okay, nope, machen wir nicht. Ich weiß halt nicht, inwieweit diese Geschichte stimmt, oder inwieweit das vielleicht römische Propaganda war. Ich meine, ich würde vermuten, dass das ein Mensch nur dann ertragen kann, wenn, ich meine, es gibt ja, es gibt ja diese, ich würde mich scheuen, es Krankheit zu nennen, aber es kann ja durchaus auch negative Auswirkungen haben. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die keinen Schmerzempfinden haben. Und ich glaube, das muss glatt so jemand gewesen sein, wenn das stimmt. Weil ansonsten, ich glaube, dass kein Mensch das so lange ertragen würde, wenn die Hand halt wirklich schon zu Staub zerfällt. Keinen Schmerzempfinden, die hätte ich auch gerne. Ja, aber ich, das ist nicht so, glaube ich, nicht so cool, wie sich das manche Leute vorstellen. Also ich meine, rausgefunden wird, dass zum Beispiel unter anderem durch so Sachen, wie das Kind auf der Herdplatte sitzt und es nicht merkt. Generell kann das Gefühl, ja, es ist auch, ich meine, Schmerz hat ja auch die, hat ja auch eine Funktion. Aber was bringt sie mit Migräne? Gute Frage. Ich meine, was es hier gibt, ist, dass, dass Menschen auch auf, auch praktisch wetterfühlig sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie ein evolutionärer Rest ist, der irgendwie mal nützlich war. Migräne ist auch fies. Es ist, es nahe geht zum Glück ja nicht zu Kopfschmerzen, aber Migräne ist fies, vor allem mit Aura. Ich denke, dass man halt auch einfach direkt einen Hut einbauen kann, wo man sich welche Körperstellenprobleme hat. True. So, hier kommen Gegner, also wird da wahrscheinlich die Kaserne sein. Ich würde mal behaupten, wir haben diese Mission schon gewonnen. Ich glaube, ich reagiere auch auf, auf wetter mit Kopfschmerzen. Ja, wie gesagt, das haben ja auch viele Leute, die das betrifft. Ich glaube, ich hatte es gelegentlich auch sogar schon mal, dass, äh, ich wette, mit den leichten Kopfschmerzen hat, aber ich, hab es zum Glück. War weiter nicht so schlimm. Beziehungsweise, wie gesagt, ich hab es eigentlich fast gar nicht. Nein, gibt es zum Glück nicht dazu. Aber das genetische Potenzial dafür halb ich wahrscheinlich trotzdem. Das haben viele Leute, die das betrifft. Das war eine Doppelung im Satz. Ja. Ist okay. Bisschen ganz schlauer. Das war eine Doppelung. Viele Leute, die Migräne, die leiden auch unter Migräne. So, wir machen mal kurz das aus. Ich meine, jetzt passiert auch nichts mehr, weil wir haben eh gewonnen. Das Spiel weiß es nur noch nicht. Okay, das ist gerade aber nicht korrekt. Also, nach der Statistik sind 103% der Map im Spielerbesitz. Das Team kann ich einfach nicht aufgeben bei sowas. Äh, ja, dafür müsst ihr, Age of Empires macht das ja. Da bin ich auch immer froh drüber. Da hätte man halt echt eine Condition einfach einprogrammieren müssen. Das hat man halt nicht gemacht. So, ganz ehrlich, wo ich jetzt ewig darauf warte, dass jetzt hier noch die Soldaten angetingelt kommen. Hat mich das Mini gerade schlau genannt. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Oh. Da muss aber jemand gerade bestätigt werden. So, Halbzeit würde ich sagen. Und blaues Feuerwerk. Hatten wir ja auch noch nicht. Bis jetzt hatten wir nur grün. Aber guckt euch das an. 101, wir kontrollieren 101% der Map. Und wir kontrollieren noch nicht mal alles. Das ist jetzt so typisch Siedler-Logik. Wait. Aktualisiert sich das jetzt noch? Hatte 1 plus mit Sternchen. Definitiv. Es gibt einfach 105% von der Karte. Aber irgendwie geht jetzt auch der blaue Spieler nicht unter die 4%. Mysteriös. Allianz der Ehrlosen. So. Let's go. Liebe Nötigen. Turm da. Turm da. Oh, hier oben. Das ist nicht gut. Hier oben ist die Produktion sehr ungünstig platziert. Oh well. Was sollen wir tun? Wir haben ziemlich großzügige Startvorgaben hier. Aber wir brauchen unbedingt noch ein Haus. Was sollen wir tun? Weinen. Weil ich nie die gespielt habe. Gut, das ist ja auch das Finale der Wikileaks. Die habe ich noch seltener gespielt. Es gibt einen Weg, wie man die rushen kann. Aber das finde ich jetzt langweilig. Maya Mission 1. Das wird relativ schnell gehen. Boah, das ist einfach schon Viertel vor 8. Aufnahme läuft jetzt einfach fast 5 Stunden. Und ich glaube, das wird nicht weniger bei der veganen Challenge. Das wird eher mehr. Aber wir haben auch irgendwie absurd viel an Startvorgaben gefühlt. So, du bist hier. Ist hier ein Soldat? Ja. Okay, hier kann der Römer nicht durch. So, den Aussichtsturm, den benötigen wir dann auch nicht mehr. Und ich glaube, Negrosberg besetzt sich auf den Naturgesetz des Universums. Das hatten Warframe-Fähigkeiten generell so an sich. Nova drängt alles mit Antimaterie. Generell, also was da alles drin war, das war krass. Komm, wir brauchen mal ein paar schöne grüne Punkte. So, das Ding ist, wir müssen verteidigen und ich denke mal, das müssen wir hier oben tun. Ich glaube, hier unten kann uns aber nichts passieren. Wir sehen die Hauptsätze der Thermodynamik etwas anders. Ja, das Ding an Warframe war, dass die Fähigkeiten aus einer anderen Dimension stammten irgendwie und deshalb gaben die keinen Fick auf unsere Gesetze der Physik. So, da brauchen wir. Ich glaube nur an meine Wissensschaft. Wo ist der Fluss? Ganz gemeinte Frage. Wo ist die Fluss? Wo ist der? Ich glaube, der Fluss war hier hinten in der Ecke, oder? Ich erinnere mich ganz dunkel. Hä? Wo ist der Fluss? Ich bin der Fluss. So, einmal hier noch. Hier ist der Fluss. Hier unten. Ich finde den Fehler im Skript echt nicht. Hast du vielleicht zufällig eine Punktion so benannt wie halt zum Beispiel Settlers oder God's oder irgendwas, was das Spiel schon verwendet? Weil das mag das Spiel auch überhaupt nicht. Den Fehler habe ich damals bei Dark Mirror mal gemacht. Das war eine lustige Fehlersuche. Das war es auch immer. Das war in der Nacht. Die Vapoint-Variante Da werde ich jetzt gerade spontan überfragt Pass auf Holz mach ich mal Aber mit Stein warten wir mal noch So hier gibt's Rohstoffe Die Vapoint-Variante Die Vapoint-Variante Die Vapoint-Variante Die Vapoint-Variante Wow, wir haben direkt erstmal vier Sägewerke, die jetzt gerade voll liegen. Da ist Gold. Krieg ich hier irgendwo einen Turm hin? So, wir machen hier eine Kaserne und eine Waffenschmiede, nicht eine Waffenschmiede, das Waffenlager hin. So, ein Turm, jetzt wäre die Pio-Straße ein sinnvolles Feature, also die automatische. Okay, wir brauchen auch eine Werkzeugschmiede, wir kommen nicht drum herum. Ach stimmt, da liegt ja Gold. Hatte ich schon wieder gerade vergessen. Okay, wir brauchen eine Waffe. Hier hinten, das sieht aber auch aus, als wäre gewollt, dass man hier richtig ausrastet, was Mana angeht. Das war's für heute. So, wir haben so viele Siedler und wir haben noch ein großes Wohnhaus im Bau. Also wir können direkt auf L3 gehen mit dem Start, was wir haben. Dann bauen wir nämlich hier schon mal eine Burg und direkt noch eine zweite. Okay, sie gehen schon mal dahin, das sieht aus, als würden sie es dann noch erobern. Ich würde gerade sagen, Mission 3 von den Wikingern spielt sich von der Kampagne sogar am flüssigsten. Okay. 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 Weil ich würde schon noch gut, wenn hier noch ein zweites Goldvorkommen irgendwo wäre. Oh? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, soll ich das Spiel hingehen? Das setzt ja voraus, dass man Freunde hat, die auch Siedler spielen. Untertitelung. BR 2018 Ja, dafür, dass Siedler ja eigentlich in Deutschland doch recht beliebt war, kenne ich nicht so viele Leute, die tatsächlich überhaupt mit der Serie sind. Ich bin da schon noch vertraut, aber nicht unbedingt mit den Teilen, die ich noch zu Siedler zählen würde. Untertitelung. BR 2018 Das Wasserberg fehlt ja auch noch. Das ist in Italien nach S4. Ja, besonders schlimm, wenn es Erbe der Könige ist. Das Wasserberg ist ein Zielobjekt. Das Wasserberg ist ein Zielobjekt. Das Wasserberg ist ein Zielobjekt. Die Blümchen Die Blümchen Ich bin mal echt gespannt, wie viel Zeit ich dann am Ende für das dunkle Volk-Longplay einplanen muss. Weil ich will ja ohne Tempel-Trick spielen. Mission 4 werde ich rushen, aber ansonsten ist da jetzt nichts dabei, was mir auf Anhieb einfällt, was jetzt wirklich schnell gehen würde. Alles, was glitzert, ohne Käse. Alles, was glitzert, kannst du sogar ohne Käse machen jetzt mit Uro. Das wird vegan... Ich glaube, selbst vegan wird da nicht mal groß was ändern, weil du das meiste Eber-Magie machst. Die Minen geben eh nichts her. Ich glaube, abbauen tust du dann wahrscheinlich eh nur Kohle und Eisen. Und Gold ist wahrscheinlich durch Umwandlungen dann eher noch effektiver. Doch, mehr Kohle. Ich glaube, die Höllute die meisten Arme minus thirden. Ich glaube, das wäre echt kein Preis. Ich glaube, lieber wir kommen alle. Die Höll discourse. Ich fühle mich an, wenn kein ordered. Ich glaube, Hola. Ich glaube, lieber Friends. Ich glaube, das war natürlich immer äh, ne sagrunde, ist es sich so weit. Yippie! Meine Katte hat sich gerade nämlich viel vom Geologen erschrocken. Das hätte zu filmen müssen. Machen Arbeiter ins Gebäude bei ihrer Nation auch eine Straße am Boden? Nein! Tatsächlich haben diese Arbeiter auch keine Kollision. Das ist alles nur Show. Das ist alles nur Show. So, langsam sollten wir vielleicht mal in Mana investieren. Jetzt, wo wir wo wir Dings haben, wo wir wo wir Holz haben. Wird Function New Game zufällig vor allen anderen aufrufen? Ähm, ja. Ja. Natürlich. Was hast du erwartet? Das erklärt so einiges. Ja. Wird die Channel Points hier broken oder haben sie einfach einen speziellen Trigger? Warum? Hä? Was soll denn mit den Channel Points nicht stimmen? So, passt auf. Einmal bitte Gold. Ähm, ihr sollt das Gold bitte zum Tempel tragen. Das wäre auch so ein cooles Quality of Life Feature, dass wenn du wenn du ein Gebäude selektiert hast, dass dann die Bauarbeiter, Planierer und Träger, die damit gerade zusammenhängen, irgendwie markiert werden. Wenn sie nicht passiv hochgehen und keine Chests da, aber seit zwei Stunden, wo ich jetzt schaue, vielleicht mal Seite neu laden, dann ist wahrscheinlich der Counter einfach irgendwie bei dir eingefroren. Das ist natürlich Kacke für die Chests, die du nicht anklicken konntest, aber ich denke mal, passiv sollte schon hochgegangen sein. Ich finde es aber, ehrlich gesagt, schade, dass man die, äh, dass man die Punktebelohnung, dass man da nicht, äh, also die Belohnung kann ich ja einstellen, aber dass ich nicht einstellen kann, wie viele Punkte für was rausgegeben sollen. Aber zum Beispiel, ich finde auch manche Sachen, zum Beispiel chatten, sollte zum Beispiel einen bestimmten Umfang, also auf eine Weise, die nicht Spam einlädt, aber irgendwie schon auch, ne, man will ja auch die Leute ein bisschen dafür belohnen, wenn sie sich beteiligen, dass man zum Beispiel Sachen nicht auch gerne einstellen will. Oder wie viele Subs bringen. Wobei da Twitch wahrscheinlich schon ein paar Limits integrieren müssen, damit das nicht total ausgenutzt wird. Okay, das ist seltsam. Chat, was sagt der Rest? Geht, funktioniert das bei euch? Oder ist, hat Twitch einfach nur gerade ein Schlaganfall? Was soll gehen? Ob der Nutzlosium-Counter hochgeht? Das wäre ja ein bisschen ungünstig, wenn sich jetzt rausstellt, dass ihr hier gar nicht Nutzlosium farmen könnt. Bei einem anderen Stream kam gerade die plus 10 Bubble. Ähm, hast du noch einen anderen Stream nebenbei offen? Weil ich weiß nicht, wie Twitch es handhabt, wenn du auf mehr als einem Stream gleichzeitig bist. Ich glaube, du kannst da mehrere Leuten als Viewer gleichzeitig zählen, aber ich kann, das kann mich, ich kann mir vorstellen, dass die, dass die, äh, was gemacht haben, dass du nur bei einem Stream, ähm, halt Channel-Points kriegst, damit man das nicht komplett abuset. Ich habe so ein Gefühl, dass die K.I.E.B. bei mir reinsiedeln will. Der mir sehr neu lässt. Letztes öffnen. Das ist gerade so. Aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht nur im ersten Stream du nur aufgemacht hast. Hm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Twitch irgendwie Maßnahmen ergriffen hat. Dass man das nicht komplett ausnutzt mit Bots oder so. Selbst wenn es zwei oder drei Streams sind, die du gleichzeitig schauen darfst. Aber wenn du halt zu viel offen hast, dass das vielleicht irgendwie dann irgendeine Bot-Protection triggert. Halte ich gut für möglich. so mal einfach richtig viele kleine Tempel bauen. Bots nutzen ja keine Channel Points. Ja, aber gerne, dass Leute botten, damit sie ihre Channel Points in verschiedenen Streams halt pushen können. Weil sie halt irgendeine bestimmte Belohnung haben wollen. also das gibt's bestimmt. Meine zwei Streams gleichzeitig habe ich auch schon geguckt. So ist es nicht. Aber das Twitch vielleicht ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, das ist wahrscheinlich kein Mensch mehr, der aktiv alles gleichzeitig in sich anseht. So, wir haben noch keinen Siedlermangel. Aber sie sind doch sehr beschäftigt gerade. Vor allem liegt hier alles voll. Aber da ist unser erstes Opfer. Und so viel Platz. Aber gut, den Platz werden wir brauchen in der veganen Challenge. Wir müssen ja so viel Brot produzieren. Ich muss echt aufpassen, dass mein Maske-Memory da nicht zwischen Grätsch und mich dann doch Fischerhütten bauen lässt. Aber ich muss echt sagen, bei der Challenge wird wahrscheinlich mehr reinhauen, dass wir keinen Fisch nutzen können, als dass wir kein Fleisch nutzen können. Ich habe es schon mal geschafft, die Baypoints bleiben jetzt geschwächert, wenn man safe lädt. nice. Ich stelle gerade fest, ich habe total falsch gerechnet, weil ich hätte eigentlich... Ich brauche noch zwei MK-Reihen mehr, damit das hinhaut. Ich habe irgendwie mit drei Reitempeln und drei Wänzereien pro MK-Rei gerechnet, aber es sind ja nur zwei. Okay, Siedler ist jetzt auch wieder eingependelt. mit drei Tiefen und drei und drei Tiefen 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hier ist so viel Eisen. Wir brauchen einfach mehr Spitzhacken dafür. Was hat man eigentlich als Nutzwort mit Oberfläche Vorteile? Ähm, gar keine. So, Stein mieten. Dann können wir das Zeug gleich umwandeln. Das wird auch so wehtun bei der Challenge. Weil als Viking wäre es ja eigentlich perfekt, wenn du dann Steinminen als kombinierte Eisen- und Kohleminen verwenden würdest mit Mana. Aber du darfst ja kein Mana verwenden. So, jetzt schwimme ich gerade in Gold. Komm, wir helfen mal gerade ein bisschen mit Geschenken nach. Aber sehr wenig Stein dabei. So, jetzt war ich ein bisschen zum nächsten Mal. Okay. Oh, sie laufen so schön hier durch. Komm, wir bauen einfach nochmal ne Burg, einfach weil wir es können. Wir müssen auf unserem Umstand aufpassen, dass er nicht hier irgendwie was versucht. Jäger habe ich noch nicht, aber das können wir ja mal hier einrichten. Nein, scheitert aber echt am Eisen hier gerade. Ja. 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 Wäre vielleicht auch langsam mal gut. Wäre vielleicht auch langsam mal gut. So, Jäger haben wir. Okay, der arbeitet schon. Wir warten noch kurz, bis der zweite hinkommt. Und dann machen wir einmal Weltreichtum. Da ist er. So ein Detail, das ich mir für die Maya-Jäger ja irgendwie wünschen würde, ist, dass die halt statt einem Bogen auch ein Blasrohr einsetzen können. Und es sollte schon zwei Varianten vom Jäger gäbe. Okay, ichULF... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, warte, Eisen ist noch gerade echt ein Problem, das sollten wir vielleicht mal kurz... So. Steine zu Eisen macht, die wirken ja da etwa Obsidian. Auf Sidian als Material wäre auch so cool, gerade für die Mayas. So. 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 So, wir verlieren keine Kampfkraft mehr, wenn wir aus unser Gebiet verlassen. So. 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 Untertitelung. BR 2018 So, das ist doch mal schön anzusehen. Wikinger mal richtig mit Blutrausch. Ja, guckt euch das an. Blau ist einfach schon komplett durch. Ja, guckt euch das an. Ja, guckt euch das an. Oh, da ist grün. Dann wollen wir den Turm hier noch erstmal noch behalten. Hat schon Nostalgie zu sehen. Aber im Gewinnerteam. Bei Coast of Death war ja eine der Karten, wo du halt auch als KI spielen konntest. Als Wikinger oder als Maya. Oder natürlich nicht verlieren konntest. Oder 4 Fortress. Da war das natürlich noch einseitiger. Da kommt die KI ja gar nicht klar, wenn sie die Mayas spielen muss. Oder Freedom Force. Da ging es ja auch. Ganz aber komisch, dass es nur bei so wenigen Karten ging. Und wie sehen. Aber jetzt ist ein Remake von Freedom Force gespielt und hat gut funktioniert. Bei drei Anläufe war ich nicht schnell genug, weil ich mich verbaut habe. Hm, also man hat auch ein bisschen Optimierungsbedarf. So, dann sollten wir aber jetzt grün auch nicht ewig lange warten lassen. Allerdings sollten wir wohl wahrscheinlich die Türme abreißen, weil das ist sonst ein bisschen uncool. Die großen können von mir aus stehen bleiben, aber die kleinen, wenn sich grün die snacken sollte, müssen wir die nur nochmal erobern. Das muss nicht sein. Ähm, Moment, wir schicken kurz noch den da rüber. Aber warte, nee, muss gar nicht sein. Wir holen, wir machen es einfach mit dem da. Mensch, dadurch geht das Gebiet sogar direkt an den grünen rüber. Ja, ein Gebäude versucht habe, habe ich fast gebaut, weil ich das so cool fand, dass das Gebäude eine Fahne hat. Und man möchte denn, dass alle Gebäude eine Fahne haben. Ja, Siedler nochmal mit den Augen eines Kindes sehen, das wäre schon interessant. Ich glaube, du hättest mit Siedler 3 deinen Spaß gehabt, weil da ja die großen Fahnen sind. Siedler 4 Okay, er teleportiert einfach mal alle meine Soldaten weg. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. So, ab jetzt können wir auch komplett auf Schwerter gehen. Aber tatsächlich ist das Problem eher, dass wir nicht genug Gold haben. Sind unsere Goldminen etwa versiegt? Den großen Tum der Mars aus Playmobil gebaut. Aus Playmobil? Was ich mal versucht habe, ich habe mal als Kind versucht, für meine Playmobilfiguren einen Römerform aus Lego zu bauen. Das war aber auch zum Scheitern verurteilt. Du, okay, ja, du, das, äh, das, ich glaube, das geht. Ich glaube, eine meiner frühesten Siedlererinnerungen ist auch, dass mein Vater gegen das Nukle Volk gekämpft hat als Wikinger. Ja, ich glaube, das könnte sogar tatsächlich entweder Mission 3 oder Mission 11 gewesen sein. Und er halt die dunklen Krieger immer wieder eingefroren hat. Hat aber leider trotzdem verloren. Ja. 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 Ahaa. Ja. Ah, du wolltest als Kind, also Sklaventreiber werden. Verstehe. So, ich das liebe ich ja. Wenn Soldaten auf diese Mini-Inseln da platziert werden und nicht mehr da weg können. So, aber er hat natürlich die hier schön so teleportiert, dass sie die Schwerindustrie einreißen können. Und ich habe auch so lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das hier eine Hand mit einem Illuminaten-Dreieck sein soll. Und das Original-Kampagnen-Symbol, das war ja nicht der Daumen, sondern die Faust. Ich habe bei der Faust tatsächlich als Kind immer einen Fuß gesehen. Warum auch immer. So, da ist jetzt auf jeden Fall gar nichts mehr mit. Ähm, komm. Gib mir L1er. Ich glaube, was mit dem Gold, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Jetzt tickt das Nuss-Irosion langsam hoch. Okay. Ja, dann wahrscheinlich doch tatsächlich. So eine Anti-Bot-Geschichte. Jetzt wurde einfach von einem erzielt, wie ich versucht habe, anders zu dringend S4-Rollplay zu machen. Ach du Scheiße. So krass war ja nicht mal ich. Aber ich sage mal so, das passiert genauso mit Fortnite. Habe ich auch nicht selber erlebt, aber eine Kollegin hatte das tatsächlich mal als Thema in der Fallberatung. Ohne. So. 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 der kopfgucken von einem achskäpfer blasforscht nur medik diese sublime aber ihre animationen was ja ich mein freundes das ist auch echt tragisch leider also anno kennt man ja wirklich noch aber sie siedler hat ja leider auch ist ja irgendwie siedler kam über seine kinderkrankheiten irgendwie nie so richtig hinweg noch mal grünes feuerwerk hast du wieder 101 prozent auf der map ok warte das hier muss ich hoffentlich noch korrigieren aber das sieht schon wieder nach 111 prozent aus doch ist gut nee es korrigiert sich nicht ok ich sehe der hd patch zeigt das falsche bild hier ist das korrekt und hier ist das von der römer kampagne so der andere missionsbeschreibung die ich sehr oft gehört habe goldener strand so die raschen wir jetzt aber gibt es auch eine andere lösung als deine ich glaube du solltest irgendwie auf eine andere insel oder so deshalb auch die fähre aber das funktioniert halt auch also das ist halt bei weitem nicht so eine gute lösung was wir gegebenenfalls auch machen müssen ist pios eine kaserne ein wohnhaus was war das ziel hier das ziel in den drei völker kampagnen ist immer gewesen alle gegner zu töten und wir locken die jetzt einzeln hier rüber so kurz gruppen sortieren das geht noch so aufgestattet noch nie auch nur ansatzweise gewonnen habe ich muss auch sagen ich finde diese map ist keine gute einführung in die spielweise der maya war so gar nicht also da ist die zweite mission tatsächlich doch besser und jetzt kommt schon nichts mehr ich werde zumindest vorbereiten dass wir auch gleich dass wir gleich auch zumindest die sachen klauen können so das ist eine gute Idee so das ist eine gute Idee so wir gehen nochmal gerade hier hinten zurück wir gehen nochmal gerade hier hinten zurück wir gehen nochmal gerade hier hinten zurück Wir werden hier eh sehr viel Zeit einsparen. Und damit unsere, unseren Durchschnitt aber deutlich senken. Deswegen wird das hier auch vegan gar keinen Unterschied machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Mission überhaupt vegan spielen sollen. Also ob wir die nicht direkt skippen, weil sich nichts ändern wird. Wir bauen ja gar keine Wirtschaft auf. Mission 2, auch nicht so safe. Mission 2 hat ja auch dieses Gimmick, dass Soldaten per Schiff kommen. Aber auf eine Weise, du kannst es halt unterbinden. Was wesentlich cooler ist, als das, was sonst gemacht wurde. Ich glaube, das machen auch nur zwei Karten oder so, dass du das halt unterbinden kannst, indem du bestimmt einen Turm einnimmst. Aber ja, ansonsten ist es mit der Insel ziemlich safe. Und wir dürfen Magie einsetzen. Das war ja noch Level 3, Soldaten rüber. Ja, stimmt. Auf der Karte müssen wir auch mit Schiffen arbeiten. Das wird lustig. So, einmal bitte die Lesser Zerrett bauen, dass unsere Soldaten aufgeheilt werden können. So, und unsere Pioniere sollten da jetzt eigentlich safe sein, da ja auch durch den Dieb nichts mehr kommt. Standard Point testen nur mit vier Streams. Okay, ich glaube langsam brauchen wir die zusätzlichen Planierer. So, erstmal geht's. So, hier. So. So, ich glaube Osmaner. So, diese wie Turmot. So. 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 Jetzt sind die da einfach schneller als hier. Absolut sad. Kann ich von der Kase... Hier, kann ich von der Baustelle was klauen? Geht das? Jetzt ist es aber nicht schnell genug dafür. An der Punktzahl kann ich nichts ändern. Es gibt halt noch den Multiplikator dafür, dass du ein Abonnent bist, aber das war's. Mehr kann ich nicht tun. Warte, bringt das mal alles da... Ach, ich hab das Haus sogar schon abgerissen. Okay, hoffen wir mal, dass hier in der Ecke ein bisschen Zeug liegt. Okay. Okay, der eine Soldat steht noch da und will den Turm besetzen. Und deswegen geht der nicht den Dieb holen. Ich wollte schon sagen. Ich dachte erst für einen Moment, wir hätten zusätzlichen Soldaten da. So, er hat eine Werkzeugschmiede. Erstaunlicherweise steht hier kein Turm. So, wir saven den mal gerade. Wir haben zwei verloren, aber das ist hoffentlich okay. Okay. So, da gibt es Stein. Hier müssen wir mal kurz nachhelfen. Okay. So, wir müssen auch ein Bl Balker bauen. So, den Turm können wir auch noch erobern. Aber ansonsten sind nur noch Soldaten in Türmen da. Ich meine auch, dass es mal früher so war, dass tatsächlich die T1-Abos schon den 2er-Boost kamen. Und danach ging es, glaube ich, 2,2 und ich weiß nicht, was T3 hatte. Ich hatte tatsächlich selbst nur einmal ein T2-Abo. Und ich finde es halt echt schade, dass man das nicht selber definieren darf. Und ich finde eigentlich gerade, T1 müsste einen größeren Boost geben, weil das das häufigste Abo ist mit der geringsten Hürde. Und ich finde es halt sehr wichtig. So, kommt, holt euch mal gerade den Stein. Nur für den Fall, dass wir nachwelfen müssen, noch ein paar Soldaten brauchen. Hier, du bist nicht voll geheilt. Wer ist der Angst zu... äh... Der Angst zu... wie ging richtig? Boah, keine Ahnung. Weiß es tatsächlich selber nicht. Ich nenne ihn eigentlich immer nur Angstzauber oder Panikzauber. So, dich holen wir da... hol... dich holen wir da raus. So, boom. Definitiv keine Speedrun-Strat hier, die ich mache, aber... Wahrscheinlich... doch... äh... schneller als das... äh... alles andere. Aber hier bereue ich gerade echt, dass... äh... Was heißt bereue ich? Ich kann es nicht ändern. Aber dass der... äh... Dass die erhöhte Ferienkapazität, dass die halt einfach noch nicht drin ist. Weil da gab es ja mal was, aber... Das funktioniert leider nicht mit Saves und leider auch nicht im Multiplayer. Und deshalb... Gibt es das noch nicht. Dabei würde eine Ferienkapazität schon 30 einfach schon so viel ändern. Ähm... hallo? Jetzt. Ja, der Community-Patch hatte das ja damals als einzelne Hauptfeatures. Aber wie gesagt, es funktionierte nicht mit Save-Games und nicht im Multiplayer. Und deshalb wurde es nicht in Saves United übernommen. So... Acht Schwertis mit 50kk. Das sollte doch eigentlich reichen, um so einen kleinen Turm zu holen, oder? Ja. Da liegt sogar Eisen, aber das werden wir danach nicht mehr benötigen. Weil die Map hier geht ja sogar ohne eigene Verluste, wenn man will. Die Feuerbärte. So. Die habe ich als Kind sogar auch noch geschafft. Ist ja auch eine Inselkarte, also von daher ist das ja nicht so verwunderlich. So, Ziegenfarm brauchen wir so früh überhaupt nicht. Oh, und auch noch direkt so großzügige Vorgaben. Mensch. Machst du euch auch noch Pazifisten-Challenge? Ähm, nein. Das hier ist nicht Age of Empires. Das kannst du hier nicht bringen. Ich habe ein ganzes Video dazu, warum das nicht geht. So, ich muss aber langsam mal das Licht anmachen. Mensch, ihr Wollolo. Ja, das Ding ist, du kannst aber auch deinen Einheiten ja nicht befehlen, nichts anzugreifen. Du kannst sie gar nicht so krass davon abhalten, zu kämpfen. Ich sage, das geht, aber es ist unrealistisch. Es ist absolut unrealistisch. Weil du nicht verhindern kannst, dass deine eigenen Soldaten halt... Dazu müsstest du... So viel Aufmerksamkeit kannst du gar nicht. Also du kannst nicht alles gleichzeitig machen. So viele Inputs kannst du nicht geben. Wenn du dir an deinen Soldaten sagen könntest, wehrt euch nicht, lass euch einfach abmetzeln, würde das vielleicht sogar noch gehen. Ich habe einfach drei Sägen und neun Äxte als Maya. So absurd hoch sind die Startvorgaben hier. So und șt camera aufhören. Go! G Dame! Ich bin drin! Jenna! Guck! 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 jeder! Guck! 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 cleguck! Ich habe erst gedacht, wie bei Minecraft. So, wo sind die Pios? Schade, das ist nicht, wie das Volk eine Köhlerei bekommen hat. Die Köhlerei ist halt leider, selbst mit dem 1 zu 1 Wettnis, was sie in Ubo hat, nicht wirklich gut. Also dafür ist Kohle im Gebirge einfach viel zu häufig. Drittes links von oben, und zwar an die Küste. Das hier. Die Blumen. Ja, da habe ich ja letztens festgestellt, wie gesagt, dass alle irgendwie die ganzen Sachen in der englischen Sprache so eine eigene Beschreibung haben. Und in der deutschen nicht. Wo man sich auch erdenkt, danke, Blue Byte. Okay, das bringt eher nichts. Wir sehen uns jetzt gar nicht. So, ich glaube, das hier ist auch ursprünglich eine Karte, wo man nicht mit Mana arbeiten sollte. Oder nicht durfte ursprünglich, weil man, glaube ich, ursprünglich keine Kühlbüste herstellen konnte mit dem Abkürzungszauber. Aber somit geht das ja inzwischen. Ich habe die Karte tatsächlich auch noch nie anders gespielt. Man sieht da drei historischen Emotator-Spieler. Die Buttons sind aber gar nicht angeklickt. Welche Buttons? Zeit ist von unten der Grabstein. Da liegt der Fisch. Da liegt der Fisch. Da liegt der Fisch. Da liegt der Fisch. So, wir müssen einmal in Tempel rushen. Da liegt der Fisch. Was ist das? Da liegt der Fisch. Was ist das? Was ist das? Da liegt der Fisch. Anfänger? So, du findest keine Bäume mehr. Zweites unten, links, Feuerschale, neben den Grafstein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Zeit man hat, bevor die Wikinger das erste Mal angreifen. So, du findest keine Bäume mehr. So, du findest keine Bäume mehr. So, du findest keine Bäume mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist gleich soweit. So, wir warten noch grad, bis das Haus fertig ist. Wo ich auch schon gerne L2 dafür hätte. So, wir sehen jetzt ernsthaft die Zierobjekte über dem Tempel, obwohl der Tempel... Gold funktioniert nicht für Prio. Ich meine, gut, die Kampfkraft werde ich auch brauchen, aber trotzdem. So. So, wir haben jetzt irgendwie eine Stelle, wo der Zauber vollständig funktioniert. Guckt mal an, wer da kommt. Und es fängt halt total harmlos an. Guckt mal an, wer da kommt. Genau das wollte ich verhindern. Oh well. Dann machen wir es halt nicht so. Aber das Stück reicht. Na, es war 3-2-1 war das Verhältnis. Das erste Obenrechts in den Tempel. Nein, oben rechts. 等 uns. Los. Los. Les. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sogar steht die Bäckerei, dann sollte die Kohle auch wieder ins Rollen kommen So, unsere erste Agare Sogar steht die Bäckerei, dann wird die Behaupte the Either die Kohle auch wieder ins Rollen, dann sollte die blowing Komm, wir machen einmal den hier. Einfach nur, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. Ich glaube, wir wandeln aber gleich erstmal ein bisschen Holz um. Dann nehmen wir Level 3 ja und dann können wir nämlich hier die Türme erobern und dann haben wir auch kein Problem mehr mit Angriffen. So, Kohle kommt langsam wieder in Schwung. Musik Ja, ihr müsst mir mal schon sagen, welche Buttons? Ich bin da tatsächlich nicht so drin. Der History Edition Multiplayer funktioniert generell nicht sehr gut. Deshalb gibt es ja Setlass United. Beziehungsweise vorher auch die A-Lobby. Musik 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 So, den Turm benötigen wir jetzt nicht mehr. Das hat jetzt natürlich die Hälfte der Agaben gelöscht, die ich schon da hatte. Sehr nice. Denk an die Dinge da unten, was? Musik Musik Welche Dinge? Was ist doch dieser K... Achso, ja, hier. Moment. Vor allem das Mana ist auf jeden Fall Worth. Und Blasohr, stimmt, die kann man auch mal verwerten. Die sind ja immerhin extra gebufft. Oben rechts, du meinst nochmal den Steinkopf? Musik Ja, da müssen aber erst die Sachen weichen. Musik 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 Ich finde, das hier würde sich auch gut in dem Krater machen. Ich würde mich als Mittelpunkt suchen so als Mittelpunkt. Musik 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 Ich finde keine Steine mehr, Moment. Zum Glück haben wir ja noch keinen Steinmangel. So, geht schon irgendwas? Yo! Ich bin einst. Das ist einst. Ich bin einst. Ich bin einst. Ich bin einst. So, pass auf. Du machst hier weiter. Warte, wir haben nur fünf Fähren. Wir können die Sachen ja dann, die Soldaten ja dann einzeln rüberbringen. Ja, das liebe ich. Guckt euch das an. Ganz, ganz toll. Weil das hier theoretisch der andere Terrarart ist und der Zauber darf immer nur eine Art von Terrar umwandeln. Ja, ganz toll. So, verlieren können wir jetzt nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt gerade eher ein bisschen, ja, unspannend. So, pass auf. Die hier stelle ich mir gerade auf Pause. Aber vielleicht behalten wir die noch für den, falls wir später Steinfluch einsetzen wollen. Wie viel kann ich umwandeln? Zwölf, oder? Und es sind 23, so egal. Okay, dann brauchen wir den Zauber viermal. Okay. 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 So, mein Ihmchen hier, muss da durch, der muss einmal hier geheilt werden. Wir besetzen einfach mal, damit das gut aussieht. Und dann brauchen wir mehr Häuser. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Okay. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Okay. Oh, ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, du kannst hier noch aufräumen So, die letzten Startsoldaten nachziehen Und dann hoch So, du kannst hier noch aufräumen Äh, das ist nicht gut. Fatal Error. Bitte sei nicht reproduzierbar. Ich habe den Beförderungszauber noch nicht angewandt hier. Gut, ich habe nämlich die Pizza selber glatt vergessen. Bitte sag nicht, dass das Schiff jetzt irgendwie hier... Wir haben vier Schiffe gebaut. Es kann jetzt nicht sein, dass das fünfte einen Absturz hervorruft. Wenn du, was ich mir vorstellen kann, ist dadurch, dass wir eine... Dass wir halt, äh... Jetzt schon acht Missionen Back-to-Back gespielt haben. Dass da halt irgendwie... Irgendwie der Speicher nicht mehr korrekt gesäubert wurde. Also... Also... So, hier wünsche ich mir echt, dass die dass die Mayas nicht den Ägypter Teleportzauber hätten, sondern den von den von den Asiaten in D.A. 3, weil dann könnten wir einfach einen Priester nehmen, den hier hinbringen und der könnte dann die Soldaten immer herporten. So, hier sehen wir uns. So, mehr Gold. Gold für den Goldgott. Oh, sehr schön. So eine kleine Trap-Insel. Sonst würde meine Schützer nicht nach Kohle schmecken. So, wir erobern hier einfach den Turm schon mal. Es kann ja nichts passieren. Oh, was sehe ich da? Das ist keine Waffen-Spiele. Spiel! Spiel! Ähm, das ist kein FE. Das war jetzt einfach ein kommentarloser Freeze. Leute, was machen wir denn jetzt? Das kann so nicht weitergehen mit den Freezes. Schiffe sind schon immer scheiße gewesen. Aber Fähren sind normalerweise eigentlich relativ safe. Handelsschiffe sind das, was richtig kacke ist. Und halt Kriegsschiffe, wenn sie so eingesetzt werden, in den Dark 9, wo sie halt unbegrenzt spawnen. Ich meine, die letzten hatten wir ja sogar noch, äh, ohne, dass irgendwas war. Ich bin ja schon froh, dass, äh, mit der historischen Autosave drin ist, weil sonst wäre das dezent kacke, was wir jetzt hier alles an Progress verloren hätten. Könnt ihr bitte als Anspielung an S4 einbauen? Das ist hier eine geringe Wahrscheinlichkeit, wie man das Spiel einfach mit einer Fähl- und Ärmermeldung abstürzt. Ähm, nein. Ganz dezent nicht. Da muss ich wohl ne Mod dafür-für machen. Tu dir keinen Zwang an. Wenn es soweit ist, darfst du das Spiel modden, so viel du willst. Jetzt muss ich halt alle zwei Sekunden speichern. Ja, wenn es sich verschiebbare FE ist, äh, was du beschreibst, Striker. Besonders im Multiplayer. Ja, wenn es nicht so ist, äh, was du beschreibst, ganz ehrlich, ich arbeite jetzt mit einem Schiff. Leckt auch irgendwie so ein bisschen. Denn zum flattenen Sechst! Ja, wenn es nicht so ist, äh, was du beschreibst, finances synergibrenst. Die Wartbeschreibung, ihr wollt die wahre Zieglerfahrung, ich weiß nicht, was euch in diesem Blitz steht, Fatal Errors. Ganz ehrlich, wenn der Skyrim-Nachfolger tatsächlich irgendwie, was ich nicht glaube, tatsächlich relativ bugfrei sein sollte, wird es sicher eine Mod dafür geben, um den ganzen Jank aus Skyrim halt wieder reinzubringen. So all die Glitches, auf die sich Speedrunner verlassen seit 2011. Sollte man Skyrim eigentlich mal gespielt haben? Ich würde schon sagen ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es so wie Gronkh zu machen und das Spiel beim ersten Mal direkt hoch zu modden. Ich finde, man sollte schon wissen, wie das Spiel ursprünglich sein sollte. Was man gegebenenfalls machen kann und sollte, ist der inoffizielle Patch für diverse Bugfixes und Sky-UI, einfach damit die Benutzeroberfläche ein bisschen angenehmer ist. Kleinere Mods kann man noch oder noch gut nachträglich einfügen. Ich finde, bei solchen Spielen muss man auch aber eigentlich einmal normal gespielt haben und vor allem auch mal alles gesehen haben, auch bevor man anfangen kann, da irgendwie zu roleplayen. Einfach damit du weißt, was möglich ist. Aber ich werde demnächst auch nochmal einen Run anfangen müssen. Ich habe noch nie einen richtigen Dieb gespielt, der also wirklich aktiv hingeht und Leute beklaut und Taschendiebstähle begeht und dann auch in den Knast wandern muss und so. Und es gibt mit Ordinator Perk Overhaul ist das halt, glaube ich, auch wesentlich interessanter. Ich finde das gerade sehr cool, dass das geht jetzt mit Ugo, dass wir den Großteil unseres Goldes einfach durch Umwandlung beziehen können. Das wird in der Vegan-Challenge auf jeden Fall noch sehr lustig. Das wird wahrscheinlich die effizienteste Weise sein, wie wir an Gold kommen. So, ich glaube, das sollte jetzt einfach so nüben. Ich glaube, der Grund dafür, dass die Pizza so knusprig ist und dass sie nicht schwarz ist, ist, dass ich den Ofen nicht angemacht habe und sie gerade noch gefroren esse. Ich glaube, dass die Pizza so knusprig ist. Ja, stimmt. Ich frage mich auch mal, was diese Burg hier soll. Also ich wusste, dass es die gibt, aber ich hatte nicht im Kopf, dass die unbesetzt ist. So, die Burg ist jetzt meine. So, ja, wir haben definitiv gewonnen. Warte, isst du jetzt ernsthaft die Pizza noch im gefrorenen oder jetzt aufgetauten Zustand? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sichere Art ist, krank zu werden. Wenn du vielleicht nicht, wenn es wirklich, wenn es eine vegane Pizza ist, weil dann ja kein rohes Fleisch drauf ist. Wobei gut, normal ist das ja trotzdem auch kein rohes Fleisch drauf, aber halt so. Trotzdem sollte man es nochmal durcherhitzen. Es ist kein Fleisch drauf. Trotzdem, du isst, du wirst jetzt diesen Ofen anmachen und dann wirst du die Pizza da nochmal die 10 Minuten reinschieben. Das schmeckt schon ganz okay. Soll ich dich bannen? Dann müssen wir gleich eine Pause machen, damit du den, äh, eine Werbepause machen, damit du in Ruhe im Backofen gehen kannst. Okay, ja, acht Soldaten noch. Das wird, äh, glaube ich, kein Thema mehr hier. Werbepause. Nach der Mission, okay? Ich überlege, ob ich das aus dem Bot rausschneiden soll, aber wenn ich die Sachen drin, also, wenn ich das drin lasse, mit, äh, mit dem Commentary und dem Chat, dann werden die Leute, die so lange gucken, bestimmt auch wissen wollen, ob ich das durchgezogen habe. So, blaues Feuerwerk. Mit extra fetten Raketen. So, ich mache jetzt eine Werbepause und Creative geht jetzt bitte hin zu seinem Backofen, schiebt die Pizza da rein und stellt sich einen Timer. Moment, ist das, ist das korrekt? Jo. Moment, ist das, was ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist die Werbung? Ja, als Abonnent siehst du dich ja nicht. Selbst wenn du kein Abonnent bist, heißt das nicht automatisch, dass du Werbung siehst. Ich brauche Unterhaltung. Erzähl mal eine lustige Geschichte. Aber das ist nicht gut für die Leute, die kein Abo haben, weil die kriegen das nicht mit. Ich wüsste jetzt auch aus dem Stehgreif keine lustige Geschichte. Ich bin auf Siedler bezogen. Ich habe früher bei den dunklen Volkssoldaten... Ich habe nicht erkannt, dass das Helme sind. Ich habe da gedacht, dass braune auf den Helmen sind die Augen. Ich habe gedacht, das sind dann so Insektenaugen, so Facettenaugen. Was hast du denn heute so erlebt? Ähm... Ich streame seit fast sieben Stunden, Siedler. So, noch 50 Sekunden. Aber wir können zumindest schon mal die Mission hier ins Menü gehen. Ein Unglück kommt selten allein. Es hat uns viele Opfer gekostet, die Riesen aus dem Norden zurückzuschlagen. Doch nun sind sie ebenso am Boden wie zuvor schon die Römer. Unsere Kundschafter berichten von Treffen zwischen Wikingern und Römern. Wir müssen davon ausgehen, dass sie sich in absehbarer Zeit gegen uns verbünden werden. Unser einziger Vorteil liegt darin, dass wir auf unserem geheiligten Boden kämpfen. Und unseren Feinden an Listenreichtum natürlich weit überlegen sind. Die Hohepriester berichten weiter voller Sorge von ihren nächtlichen Visionen. Das edle Kleid des Jaguars hat nichts mehr von der einstigen Pracht, die er sonst bei der Jagd zur Schau stellt. So sehr dieser schreckliche Verfall unsere Hohepriester bestürzt, müssen wir uns doch darauf konzentrieren, die doppelte Bedrohung der unheiligen Allianz unserer Feinde abzuwehren. Das ist nicht mit dem Schiffsrack, das ist mit dem Steinkopf. Schiffsrack ist Dark 6, also alles, was Gütze hat. Ich finde es schade, dass sie halt für die Missions-CD und für die, äh, für die, äh, für die, generell für die Missions-CD ist, dass sie da nicht mehr die Sachen vertont haben. Andererseits sind die Texte auch dafür echt nicht geschrieben. von der Qualität her und so. So, wir brauchen einmal unsere Startsoldaten und gehen damit zu den, zu den Römern, hallo? Und vielleicht bei der englischen und französischen das ist... Nope. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kenne tatsächlich gerade die Map nicht auswendig, aber ich glaube, es ist hier hinter. Ne, ich glaube, hier kommt der Wikinger. So, nur 47% Kampfkraft, aber das ist okay. Okay. Da ist überhaupt die Pizza in den Ofen. Was steht denn auf der Verpackung? Hm. So. So, weil im Römergebiet finden wir ja auch Eisen, deshalb will ich den halt jetzt noch so früh eliminieren. Das und wir kriegen natürlich dadurch auch weniger Probleme mit der KI später. So. 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 wird uns wenigstens so noch zugestanden. Warte, wir machen das eine Wohnhaus weg, machen das da hin und dann setzen wir den Fischer. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, einer macht da. Darf ich mir jetzt die Pizza wiederholen? Nee, Austria, es ist egal. Du führst das Zapfwort, das dir geschenkt wurde. Dankeschön. Darf ich mir die Pizza wiederholen? Ja, aber ich mache nicht nochmal eine Werbeunterbrechung, auch wenn der Cooldown jetzt vorbei ist. Ja, aber ich mache nicht mehr. Jetzt blöd, hier gab es doch Eisen. Oder war das hier drüben? Ja, hier war Eisen. Das ist okay. Ich meine, wenn ich mein Ablauf schon habe, muss ich morgen ausläuft. Ja. So kann man es auch sehen. So, wir gehen einfach mal da lang. Die Schachtel. Ich würde sagen, gefroren hat sie besser geschmeckt. Was? Boah, was habe ich heute für einen chaotischen Chat? Also da bin ich ja schon froh, dass, äh, dass hier kein... Ich gehe die Pizza jetzt wieder einfrieren. Bitte? Also da bin ich ja gerade schon echt froh, dass wir hier nicht darüber reden, Sand zu essen. So, wir machen einmal ein Werger für Holz und hier ein, zwei Stein. Später machen wir noch eine Mana-Produktion. Ja, so Ich weiß ja nicht, so damit der Becker an die Wüstung kommt, wird da bestimmt Sand in die Brote. Meinst du, wenn man ein Brot in einem Steinofen zubereitet, ist das dann komplett staubfrei? Das gibt Aroma. Das ist dieses Steinofen-Aroma, von dem immer geschwärmt wird. Ich weiß auch nicht, was man mit der Fähre hier soll, außer dass man vielleicht ein bisschen einfach zu dem Steinkopf kommt. Sand-Seinstoffen, warum von ihrem Maya um die Ecke? Ja, warum denn nicht? Ich weiß nicht, was man gehört? Ich weiß nicht, was man gehört. Ich weiß nicht, wie Ähm ich auf den Tag-Würfe? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich es da ist. Ich weiß nicht, was ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, können wir noch irgendwas anderes Sinnvolles machen? Irgendwo Chinchillas im Ofen. Muss ich an die Regel erinnern, nicht die Chinchillas zu disrespektieren. Das ist nie gesagt, natürlich. Das ist Teil der Streamregeln. Und auf Discord. Das ist Teil der Streamregeln. Das ist Teil der Stream. Wir haben noch eine zweite Säge und wir haben noch eine Axt übrig. Die können wir dann irgendwo hier einsetzen. Eine Steinmine wäre vielleicht auch schon mal proaktiv ganz gut. Warum keine Schwefelmine? Ich weiß nicht mal, ob es Schwefelmine auf dieser Karte gibt. Ich sehe da nochmal Gold. Sollten wir vielleicht später auch hin. Das ist so gut, dass wenn das rohe Fleisch in der Sonne liegt. Ach, da passiert nichts. Die Leute waren früher einfach nicht so empfindlich. Heute wird ja alles direkt weggeschmissen, weil die Leute nicht kapieren, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum kein Wegwerfdatum ist. So, transportiert bitte schon mal Sachen dahin. Hier ist Schwefel. Aber Gold sieht immer noch mau aus. Und dann geht's. So, ein Pio fehlt noch. Ich glaube, Bohnen, Kürbisse und Mais waren die Hauptnahrungsmittel. Die Bergwanderer der KI müssen uns echt freuen, vergammelter Fisch und vergammeltes Fleisch und noch viel zu hartes Brot. Das schmeckt und bekommt den Magen. So, wir können noch ein paar Spitzhacken brauchen. So, wir können noch ein paar Spitzhacken brauchen. So, 37 Minuten. Die KI ist schon am Produzieren. Dann müssen wir nicht einmal den Tempel hier hinbauen, aber das dauert ja ewig, bis wir da was frei haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das Steinlager nie eingerichtet. Aber man braucht es bei den Mayas auch schon fast gar nicht, weil die Steinmetze ja alle ein eigenes Lager haben. Ist das die Steinkopf-Missionen? Ja. Schlechtes Essen für Erdert den Kampfgeist. Asterix, wow, das ist aber ruhig. Ja, stimmt, da war, wo sie Legionäre geworden sind. Da war was. Das Essen war doch irgendwie total schlimm. Die Mayas kannten tatsächlich ja schon so eine Art Fußball. Und die Verlierer wurden dann übrigens geopfert. Also ich glaube, die KI kann hier hinsiedeln. Ich glaube, wir brauchen mehr Fisch. Was bringt ein Stein? Oh, hier müssen wir aufpassen. Oh, das können wir aber ausnutzen, dass es da rüber geht. Es kann nur sein, dass die KI später da hinsiedelt und uns dann die Goldmine da streitig macht. Achso, mit dem Stein-Kopf. Ja, da bekam man Eisen. Das ist die Art und Weise, wie man eigentlich Eisen bekommen soll. Aber es ist halt... Es ist ein cooles Gimmick. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Also du müsstest danach trotzdem auf jeden Fall den Römer besiegen können. Und wenn der Römer schon zu groß einen Vorsprung hat... Dann kommst du trotzdem nicht hinterher. Ich meine, die Magie ist auch noch ein Ding. Könnte mit Obo tatsächlich sogar noch wesentlich besser sein, weil du ja jetzt auch hier mit dem Gold arbeiten kannst. Die Zeit hat nicht gereicht, um die Pizza wieder in den gefrorenen Zustand zu bringen. Also werde ich mal mein Liquid Nitrogen drüber schütten müssen. Wir halten hier schon ab 50 Minuten an. Ja, aber es kommt auch drauf an, ob du... Es kommt auch drauf an, wie viele Soldaten du hast. Also daran basieren auch Angriffsentscheidungen. Und der KI ist egal, was für Soldaten das sind. Deswegen kann es auf manchen... Gerade auf Karten, wo du gegen viele KIs gleichwertig spielst, die Camelot, kann es sehr hilfreich sein, wenn du L1er-Massen produzierst. Weil die 1KIs dann einzeln sich nicht für stärker halten als du und deshalb dich nicht angreifen. So, Mana sollte gleich auch anlaufen. Ähm, aber das ist ungünstig. So. So, und jetzt kann auch die Kaserne wieder weiterlaufen. Bis zum nächsten Mal. Okay, nein, die Plüssigkeit ist mir zu wertvoll dafür, damit es wenn wir doch umzumut sind, sonst esse ich jetzt einfach eine kalte Pizza. Was machen wir nur mit dir? Das hier ist eine der ersten Karten, auf denen ich mit den Kartenskripten rumexperimentiert habe. Ich glaube, ich habe da einfach so Sachen gemacht, wie hier eine Markierung. Und was ich auch mal gemacht habe, war, dass man dann für den Steinkreis auch direkt maximale Kampfkraft bekam. Für den Steinkopf, so rum. Ihr könntet mir Kochen beibringen. Ähm, nein. Ich bin kein Koch-Streamer. Vielleicht, wer mich HelloFresh sponsert und dann könnt ihr euch darüber amüsieren, wie schrecklich ungeübt ich, äh, darin bin, äh, Gemüse zu schneiden. Ich hab doch möglichst Informalien, aber ich habe mich aus, wo er dir da selber ist, wo wir natürlich eine große Fahne vorlegen haben. Dann weiß ich jetzt schon mal, Und dann ist es schön dazu. Und jetzt muss ich mir auch erwarten. Okay, finally. Nur für den Fall, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Problem sein wird. Wir sind fast schon gescheitert, dir im Fernkurs das im Ofen auch während vom Pizza beizubringen. Wie sollen wir denn noch anspruchsvoller Vorgehen haben? Gute Frage. So, aber noch das Gold und dann machen wir hier mal für einen Aussichtsturm Platz. So, aber noch nicht. So, grün ist im Moment deutlich stärker. So, jetzt können wir aber auf L3 gehen, glaube ich. Das Gold bringen sie auch schon. Okay, sie tragen das Gold zurück, anstatt das einfach hier hinzubringen. Liebe Siedlerlogik. Ah, ich erinnere mich, ich wollte hier keine Gold einlagen, ich wollte Bretter einlagern, damit ich das umwandeln kann. Echt super, wie sie das Gold hier extra herbringen. Aber ganz ehrlich, wenn man dieses Spiel nochmal so heute machen würde, ich glaube, heute würde man es so machen, den Steinkopf soll man bauen. Und man kriegt dann irgendwie einen richtig geilen Bonus zur Kampfkraft oder so. Und dann gibt es ein Achievement dafür, wenn du dieses Gimmick nicht nutzt. Wenn ihr mir das mit dem Ofen nicht eingeredet hätte, hätte ich das besser geschmeckt. Ich kann ja jetzt dafür, dass du so kaputt im Kopf bist. So, jetzt sollten wir langsam safe sein. Mit zwei Achievements eins für uns bauen, eins für uns nicht bauen. Vielleicht kommt noch ein Siedler 4 Remake. Nein. Ubisoft kriegt ja im Moment sowieso nichts auf die Kette. Aber wir werden auch kein Siedler 4 Remake benötigen. Okay, da kommt Grün. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch auf die Gold vorkommen da verlassen dürfen. Ich warte, das kommt kurz nach HGLG. Ich würde dann tatsächlich sagen und hoffen, dass es zu wenig zu spät ist. Juhu, Eisen! Wird sicher schlechter als Warcraft 3. In Ubis jetzigem Zustand? Ja, absolut. So, wir dürfen nicht zulassen, dass sie diesen Turm besetzen. Das ist die erste meiner Kopterstunden, die es je gab. Es gibt die dunkle Seite. Wenn sogar Blizzard es schafft, seine Strategie-Plugschäfte in der Dumpster-Fahrheit zu verwandeln, dann schafft das, äh... Schafft das, äh, irgendwie mit Summa Cum Laude. Ja, leider. Leider. Okay, no, 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 no So, ich weiß jetzt nur nicht, ob das als eingenommener Turm gilt für einen Angriff, also dafür, dass die KI jetzt getriggert wird. So, ich suche jetzt wirklich so ein dummes Mini-Gamer aus, nur um mich schlechter zu machen. Ja! Bin ich nicht ein böser Mensch? Ich könnte den Malakopter auch mit 5-Tasten-Dry machen, wenn ich Cheat-Engine nutzen darf. Alles klar! Ja, da kommen sie! Und es sind jetzt... Ja, woher es geht? Das sind fast alles Level 1er. Vielleicht noch einen Bun-Einsetzen sollte es eigentlich gehen. Reicht es für Schützen Strafen noch nicht? Ja! 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 So! Ja! Ja! So, jetzt soll es aber eigentlich dann auch schon fast gewonnen sein. Und jetzt haben wir eher noch Gold zu viel. Okay, ich darf hier aber nichts bauen. Schade. Was macht die KI jetzt hier? Krass, sieben Stunden. Ja, aber wir sind es jetzt auch zum Glück. Wir reigen uns jetzt auch langsam ein Ende zu. Aber das heißt, die veganen Challenge wird mindestens so lang wahrscheinlich. Okay. 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 Das ist... Das spricht dafür, dass die KI es wieder versuchen möchte. Wir haben keine Axt. Warum nicht? Okay. Hey. Okay. So, erobert den Turm. Okay, die haben nochmal Bock. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Kampf hätte einlassen dürfen. Okay, aber das ist überschaubar. Das ist sehr überschaubar. Und ich kann einmal Schützenstrafen einsetzen. Ja, aber ich fühle mich trotzdem wohler, wenn die nicht mir meine Goldminen klauen. Hallo, würdest du bitte deinen Zauber einsetzen? Dankeschön. Ich glaube, das war doch okay. 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 Wir holen uns langsam mal die Tür vom Blau. Wir haben jetzt zwei Waffenschmieden, die können durchproduzieren in der Zwischenzeit. Sonst decken wir uns hier mal die ganze Nahrung, die die Römer hier als Startnahrung platziert hatten. Ach nee, Leute. Meinst du, ist es möglich, Hennu dazu zu bringen, meine Map zu spielen? Warum nicht? So, Moment. So, jetzt ist der HD-Patch auch wieder geladen. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der Dungeonfallkampagne läuft. Wenn die absturzfreudigste Mission da war, war ja eigentlich Dark-9 durch die Schiffe. Das habe ich ja eigentlich gewohnt, aber gerade die Abstürze sind ja auch komplett grundlos. Jetzt sind die ganze Nahrung folgt. Da sind ja alle zwölf Missionen. Auch Dark-6. Ja, auch Dark-6. Dark-6 ist aber durch Ubro auch völlig machbar. Und zwölf, ganz ehrlich, zwölf. Selbst mit der Vegan-Challenge, wenn es da ein bisschen... Also abgesehen davon, dass du das Dunkle Volk immer bestechen kannst mit ein paar kostenlosen Sklaven. Im Zweifel kannst du dich einfach hinter den Wikingern verstecken. Du kannst oberhalb der Wikinger-Siedlung eine komplette Base aufbauen. Und wenn die zu dir wollen, müssen die halt immer durch die Wikinger-Siedlung durchmarschieren. Wenn sie uns unsere Verbündeten helfen, werden sie eben dazu gezwungen. Ja! Das war tatsächlich ganz cool. Missionskarte, oder? Natürlich! Sieht das hier nach einer Zufallskarte aus? Sieht das hier nach einer Zufallskarte aus? So, 100% aufs Schwerter. Oh. 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 Okay, die KI ist gar nicht weiter expandiert in die Richtung, das überrascht mich ein Kürstchen So, jetzt haben wir es aber. So, jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir es. Das könnte der Titel ungefähr so heißen. Fünf Völker, aber Spinny ist das TV und die Völker sind echte Spieler. Das wäre dann so ein bisschen wir. So Dream-mäßig. So Siedler Manhunt. Ja, super. Hier steht noch blau. So, wieso produzieren die nicht mehr? Hä? Äh? Warum musste ich jetzt Start-Stop machen? Hat der Reload da etwa irgendwas gekillt? Ach, da ist ja noch ein Turm. Siedler 4-Lösungsbruch gegen vier Profis. Aber das Siedler 4-Lösungsbruch kontrolliert das Dunkle folgt. Das wäre natürlich echt krass. So, jetzt aber. Final Countdown. Der Stream wird bald um sein, aber das will ich nicht. Was machen wir dagegen? Hier ist schon klar, dass ich auch noch mal irgendwann was essen muss. 78% der Meppen. Ich weiß nicht, wo grün 11% der Karte gehört. Ach, hier ist schon der Pizza. Ich habe ja sogar schon Essen fertig im Kühlschrank, aber dafür muss ich trotzdem den Tisch verlassen. Einfach am Stream essen oder kurz Pause machen. Nein, ich bin jetzt aber auch langsam. Ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück gestreamt. Ich bin jetzt auch langsam geistig durch. Ah, sehr schön, wenn die ganzen zivilen Siedler hier noch den Engpass blockieren. Ach, das ist auch noch ein, das ist noch ein Turm, oder? Ne, hier drüben. Hier. Ich bin hier also nicht vor dem PC verbrachte Zeit. Das glaubt ihr niemand aus meiner Familie. Aber. Aber ja, ich muss auch noch mal ein paar andere Sachen machen. Ach, sind das hier die... Ne, das sind nicht die, die ich wegteleportiert habe, oder? Die nichts mehr mit sich anzufangen wussten. Hm. Okay. Das war's. Die drei Völker Longplay ist durch.